Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 425. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei Frau Alex, der Herr Marvin und der Duke. Ja, Servus, hallo. Der Rest ist ein bisschen rausrotiert für heute mal, brauchen ein Päuschen und Marvin hat auch nur Kopf für so eine Stunde, der war heute schon wieder den ganzen Tag schwer am Arbeiten, von daher werden wir gleich mal mit dem Thema Transfers einsteigen, da hat sich ja ein bisschen was getan, bevor wir zu den Spielen und sonstigen Dingen kommen, aber als erstes natürlich ein bisschen Housekeeping. Es war Monatswechsel und ja, es ist wieder grandios, wie ihr uns im Januar diesen Jahres unterstützt habt und jetzt auch schon Anfang Februar hier wieder die ersten Unterstützungsspenden reingekommen sind. Vielen, vielen Dank, dass ihr mithelft, dass wir dieses wunderschöne Produkt hier von Woche zu Woche machen können und gleich über Transfers und Fußball reden können. Und stellvertretend haben wir mal rausgepickt diese Woche den Stefan und den Thomas, die kamen nämlich mit so kleinen Sonderspenden noch um die Ecke. Vielen, vielen Dank dafür. So, und jetzt gucken wir mal auf das Thema Transfers. Gestern war ja Stichtag oder wie man neudeutsch sagt, der Redline Day und die Eintracht ist tatsächlich aktiv geworden, allerdings nicht jetzt für die laufende Saison, sondern für die kommenden Saison. Wir haben nämlich einmal verpflichtet, Ali Ackmann von Bursaspore ablösefrei für den Sturm im Sommer und schon in der letzten Woche bekannt gegeben, Christopher Lenz von Union ebenfalls ablösefrei, der also auf so einer Linksaußenverteidigerposition spielt. Bevor wir vielleicht mal so kurz auf beide eingehen, seid ihr damit zufrieden, dass da jetzt weder weitere akute Zugänge noch irgendwie tatsächlich Abgänge jetzt außer denen, die wir bisher besprochen haben, noch papisiert sind, Marvin? Also zufrieden, ja, ist eine gute Frage tatsächlich. Also ich finde es erstmal okay, dass wir jetzt nicht mehr großartig jemanden neu dazugeholt haben, denn es gab natürlich die Überlegung zu sagen, okay, was machen wir? Machen wir vielleicht was in der Innenverteidigung? Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Vielleicht ein Backup für Tutor, so in so einer Motto, du gehst jetzt all in, holst jetzt nochmal einen Spieler, der eine gewisse Qualität hat, eine Soforthilfe sein kann, falls du Tutor das nicht hundertprozentig zutraust. Das hat die Eintracht nicht gemacht, weil, und das merkt man ja, das vollste Vertrauen in Tutor hat, dass er sich weiterhin durchsetzt. Das hat er in den letzten Spielen, wir werden ja nachher noch über das Hertha-Spiel sprechen, gut gemacht hat. Insofern kann ich das absolut nachvollziehen. Es ist halt so ein bisschen, wir greifen jetzt nicht zwingend die Champions League an, um es mal so zu sagen, andererseits setzen wir uns auch finanziell dann nicht in den Nessel. Das war so die einzige Position, wo ich wirklich gedacht hätte, da könnte noch was passieren. Bei der Rechtsverteidiger-Position, die perspektivisch vielleicht auch nochmal zu optimieren ist, ja, da wäre jetzt im Winter eh nichts gegangen. Insofern, ich bin zufrieden. Ich finde, das ist in Ordnung. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, und ich weiß nicht, ob das jetzt schon komplett schau ist oder ob es da vielleicht noch Optionen gibt, vielleicht in andere Länder. Es ist halt die Tatsache, dass durch Corona noch schwieriger die Möglichkeiten sind, für junge Talente sich bei der Eintracht durchzusetzen. Das ist auch so immer schwierig genug. Und da gab es ja mal das Gerücht mit Yannick Brugge und Lukas Farnberger, Farnberger, der auch Österreicher ist, dass die beide in Österreich zumindest für eine kurze Zeit oder vielleicht auch für eine längere Zeit aufschlagen. Nicht aufstoßen, das machen sie, vielleicht finden sie ein Bierchen trinken, aber aufschlagen, das hat sich bis zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt halt einfach nicht finalisiert. Das finde ich ein bisschen schade. Farnberger, dem ja auch ein größeres Talent zugesprochen wird als defensiver Mittelfeldspieler, ist ja damals auch zur Eintracht gekommen von der Rapid-Universität, also von der Jugendabteilung dort. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Ansonsten muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden mit diesem wunderbaren Transferfenster. Ich erinnere an Jovic. Das ist richtig. Wenn man sich mal anguckt, Mustafi war auf dem Markt, ist jetzt bei Schalke, wäre mit Sicherheit auch eine Option gewesen, an die man hätte rankommen können. Aber das wäre einfach auch das falsche Signal gewesen, jemanden von der Qualität zu holen, weil das hätte ein Tutor wahrscheinlich auf die Bank wieder verwiesen. Und wenn man mit dem in die Zukunft gehen will, ist jetzt einfach genau der Punkt dafür. Die Frage, gerade bei dem Mustafi als Beispiel, ob das dann halt auch so schlau gewesen wäre für das, was du halt zumindest jetzt irgendwie auch finanziell da in den Ring werfen musst für den Ertrag. Also es gab ja heute nochmal einen Beitrag, dass man durch jetzt die Laien, womit man ja gewisse Spieler einfach von der Payroll genommen hat und eben auch dem Tausch Dost gegen Jovic, man zumindest jetzt in dem Zeitraum bis zum Ende der Saison rund fünf Millionen, so ist zumindest gerechnet worden, Gehaltskosten einspart. Ich glaube, da wäre ein Mustafi, er hätte das halt auch locker aufgefressen, allein von dem Grundgehalt, was er da kassiert. Und dafür, also die Leistung, ich meine, ja, er war deutscher Nationalspieler, aber weiß ich jetzt nicht. Das wäre ein Riesenproblem gewesen in der Situation. Du musst natürlich immer schauen, ich bin da voll bei euch, es hätte nicht sein müssen, es hätte mich vielleicht ein bisschen ruhiger schlafen lassen, wenn wir jetzt noch einen Ersatz für die Innenverteidigung gehabt hätten. Denn wir kennen das ja, wie es mal so sein kann, ein Innenverteidiger, wenn das wieder knapp wird, da ist es halt dann schon extrem nervig. Gerade wenn du die aktuelle Situation natürlich dir betrachtest und ja, das lässt natürlich träumen, sich da oben ein bisschen festzusetzen. Und wir drücken natürlich all die Daumen, dass alle gesund bleiben. Nicht mal, ich habe nicht mal Angst vor einem Leistungsverlust oder dass ich sage, oh, kann Tutor das überhaupt über die Zeit bringen? Ich habe ein bisschen Sorge, dass der Kader an der Stelle vielleicht dann nicht ganz breit genug ist, um Ausfälle zu kompensieren. Und das mag, ob es dann Corona oder eine Verletzung ist, da kotze ich natürlich dann, wenn wir im Nachblick dann gucken. Fünfte gelbe Karte. So was, so was ist immer nervig. Ja, gut, das ist ja nicht das Thema, dass wir niemanden mehr haben, aber das haben wir jetzt auf mehreren Positionen. Also mir tut zum Beispiel so ein bisschen die Laie von Dominic Core, das tut mir ein bisschen, vielleicht auch nur im Herzen weh, aber da bleibt halt nicht mehr viel. Auf der Sechs hast du halt jetzt Tasebe, Rode und Sow. Dann ist aus meiner Sicht optionslos. Also über Ilsanca brauchen wir dann ja zu sprechen. Dann hast du in der Innenverteidigung, hast du hinter Egger, Tutor, Ndika. Ture, da kommt für mich als Backup, oh ja, Ture kann auch Innenverteidiger spielen, Insaka kann Innenverteidiger spielen. Genau, als Insaka kommt jetzt für mich dann noch als Option mit rein. Du bist halt überall halbwegs okay aufgestellt. Aber wenn jetzt so zwei, drei Verletzte dazukommen, kann das auch relativ schnell dünn aussehen. Aber ich glaube, das ist einfach jetzt nicht die Zeit, um einen üppigen Kader zu haben. Alex hat vollkommen recht, ich sehe das ganz genauso und das ist ein wichtiger Punkt. Also du illustrierst ja das ja schon gerade sehr gut, dass es halt nicht unfassbar krass besetzt ist. Du hast natürlich auch ein bisschen aussortiert. Warst froh, dass du Spiele wie der Costa aus mehrerlei Gründen jetzt zu Mainz gebracht hast. Ein Chor, der denn ebenfalls in Mainz spielt. Das sind halt die Optionen, die jetzt auch ein bisschen Geld eingespart haben. Aber es sorgt im Endeffekt dafür, klar, du hast vollkommen recht. Vielleicht, wenn jetzt Hasebe auch irgendwie mal wieder verletzt sein sollte, obwohl er sich gefühlt nie verletzt. Wenn die Sebastian Rode, muss auch erstmal wieder an sein Niveau kommen, war ja zuletzt ja dann auch gar nicht mehr gesetzt. Und dann hast du vielleicht noch ein, zwei Ausfälle im defensiven Mittelfeld und dann musst du schon wieder überlegen. Und bei der Innenverteidigung, ja, dann musst du dann im Endeffekt Torema reinrücken. Oder wir müssen Hasebe wieder in die Innenverteidigung setzen. Also wir müssen mit dieser Ausdünnung des Kaders arbeiten. Und das birgt natürlich ein gewisses Risiko. Da hast du vollkommen recht. Es ist wahrscheinlich aber genau das, dass man in Zeiten von Corona halt auf der einen Seite sieht, wie man den Kader entschlacken kann. Und dann kommt uns vielleicht zugute, dass wir aktuell halt nur noch in einem Wettbewerb sind. Aber es ist alles auf Messerschneide. Was aber sehr geil ist, und das merkt man jetzt schon bei den Namen, die du in den Ring geworfen hast. Wir haben bei fast jedem Spieler Minimum zwei Positionen, auf die du den einsetzen kannst. Also wenn wir jetzt mal weitergehen. Ilshanka kann auf der sechs, will ich nicht unbedingt, aber kann auch in der Innenverteidigung. Tore kann außen, kann innen spielen. Rustic kann auf der zehn, der acht, der sechs spielen. Also wir haben einen variablen Kader. Und das kann kleinere Lücken überbrücken. Aber wenn wir so eine Verletzungsmiserie kriegen, wie wir sie schon mal hatten, wo dann irgendwie fünf, sechs Spieler verletzt sind, dann bist du relativ schnell am Ende. Ja, du musst halt auch gucken. Der Leon schreibt es gerade auch in unserem Slack-Chat. Wo hast du denn Spieler, wo du jetzt davon ausgehst, dass sie eine gewisse Verletzungsanfälligkeit haben? Das ist Rode, der mir da spontan einfällt. So, da haben jetzt momentan, haben sich Sow und Hasebe da so ein bisschen festgesetzt. Genau, also du hast halt einen verletzungsanfälligen Sechser und einen 37-jährigen Sechser. Also auch wenn er nicht verletzungsanfällig ist, aber jedes Spiel 90 Minuten auf der Sechs die Position, wo er auch noch mehr rennen muss. Also die ganze Zeit hat er halt auch in der Mitte der Innenverteidigung, der Dreierkette gespielt. Jetzt ist er auf der Sechs, deutlich mehr Bewegung drin. Aber wie du schon selbst, also er hat es ja jetzt in den letzten Spielen nicht schlecht gemacht. Und wie du halt auch zu Recht gesagt hast, ist dann auch immer so ein bisschen die Frage, hast du so eine Grundausrichtung, hast du vielleicht eher so eine etwas defensivere Grundausrichtung und hast du ein Hasebe, hast du eine etwas offensivere Grundausrichtung, dann kannst du da einen Rustic oder irgendwas daneben stellen. Also ich finde schon, dass du Möglichkeiten hast. Und was bringt dir in der aktuellen Situation ein Kader mit irgendwie über 30 Spielern, wo du auf jeder Position zwei Top-Kandidaten hast, die dich halt einfach Unmengen von Kohle kosten? Bringt dir auch nichts. Ja, nee, hast du auch vollkommen recht. Also wie gesagt, ich sage ja nicht, dass das irgendwie kacke ist, aber es ist halt auch nicht, also wir sind nicht in dem sicheren Fahrwasser oder wie der Dennis eben gesagt hat, in der Situation, dass du so beruhigt abends einschläfst und dir denkst, ah ja, egal was passiert, ich habe jede Position doppelt besetzt, auch von der Qualität halbwegs gut. Da sind wir nicht. Aber für die aktuelle Zeit, glaube ich, ist es gerade durch die Variabilität der Spieler, die wir haben, eine ganz gute Ausgangssituation. Ja, aber wie Marvin zu Recht gesagt hat, wir spielen halt momentan jetzt noch einen Wettbewerb, nämlich die Liga. Wir haben keinen Pokal, wir haben keine Internationales. Wir können das relativ gut ausbalancieren. Wir haben auch eine ordentliche Physio- und Ärzte-Mannschaft da rundherum, die das, glaube ich, ganz gut einschätzen können. Also ist jetzt nicht so, dass ich mir da jetzt Sorgen mache. Ich kann da schon sehr gut beruhigt einschlafen deswegen. Okay, sehr gut. Ja, wir hoffen ja auch alle, also wenn das alles so, das müsste ja hier jetzt wirklich mit dem Teufel zugehen, wenn jetzt hier reihenweise die Leute ausfallen. Und ihr habt es schon richtig gesagt. Das Schöne ist, es gibt so viel, die Qualität im Kader generell war lange Zeit nicht in der Gesamtheit so gut. Und deshalb, du siehst natürlich dann auch, was mir total gut gefällt ist, du kannst natürlich auch diese Lücken oder diese qualitativen Mängel, die du dann vielleicht mal in so einem Spiel hast, oder du fängst dann eben, weil die Abwehr eben dann doch nicht die Ambitionen abdecken kann, die du dir vielleicht mittlerweile als Fan erträumst, hast du natürlich vorne umso mehr, umso geiler. Die Ausstellung da, wenn du dir da natürlich anguckst, was da in dem Transferfenster gelaufen ist, das ist natürlich genial. Marvin, du hast es schon richtig angesprochen. Man vergisst mittlerweile auch so viel, was hier ja auch sehr früh in dem Transferfenster passiert ist, was uns schon lange zur Verfügung steht oder auch was wir hier an Qualität generell mittlerweile in diesem Kader haben. Da kannst du ja mittlerweile wirklich sagen, wow, wir können mit etlichen Top-Clubs, die weit mehr Geld zur Verfügung haben, mithalten. Und das Schöne ist, auch die haben Probleme und auch die haben nicht alle Positionen super doppelt und dreifach besetzt. Und deshalb muss man nochmal ein ganz großes Lob sagen, gerade diese Variabilität der Spieler, ihr habt es schon richtig gesagt, die zwei oder teilweise sogar drei Positionen abdecken können und du trotzdem keinen massiven Einbruch in der Mannschaft merkst. Und Basti sagt das immer sehr so schön, es darf ja auch nicht auf die einzelnen Spieler ankommen, das System muss passen und ob dann mal einer reinwechselt oder nicht, so weit sind wir vielleicht noch nicht. Du merkst schon, dass das hier teilweise an Schlüsselspielen hängt. Aber im Großen und Ganzen ist es schon so, dass wir einzelne Ausfälle auch gut kompensieren können. Und du hast es gesehen, Abraham, haben wir alle gedacht, oh Mann, das gibt jetzt aber hier eine Riesennummer und oje, oje, oje. Klar tut er manchmal noch nicht hundertprozentig, aber er macht das super. Und er wird einfach ins kalte Wasser geworfen und zeigt hier wirklich riesige Leistungen. Und vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, wenn es mal zum Super-GAU kommt und jemand in einer systemfremde Position spielen muss, dass er total überzeugt und wir auf einmal sagen, hey, cool, das ist jemand, den können wir sogar da weiter. Oder ein junger Perspektivspieler mal reinkommt. Also ich bin wirklich ganz positiv gestimmt. Was ein bisschen schade ist, ist die Ambition, die musst du einfach jetzt gucken. Was ist das Ziel? Was willst du eigentlich erreichen in dieser Saison? Aktuell stehst du natürlich genial da. Der Kader performt und so weiter. Hättest du am Ende, das können wir am Ende, wenn die Saison fertig ist, nochmal anschauen, hättest du vielleicht ein bisschen mehr Risiko, nochmal in der Innenverteidigung einen nachsetzen müssen, um dann das und das Ziel zu erreichen. Aber heute sind wir auf jeden Fall, kann eh keiner in die Glaskugel gucken. Oder ja, wie gesagt, schauen wir mal. Aber ich bin auch sehr zufrieden. Um René, deine Frage nochmal zu beantworten. Sehr gut. Ja, auch ich kann ruhig, ruhig schlafen. Momentan ist es natürlich so, dass jeder auch auf der Welle der Euphorie gerade mitschwimmt. Und das kennen wir ja damals auch von Danny D'Acosta, der einen Performance-Hoch hatte, was vielleicht nicht seinem normalen Hoch entspricht. Das hatten wir ja gemerkt, dass er in der Mannschaft, die overperformed hat, auch einer der Overperformer vielleicht war. Und das kann auch jetzt wieder passieren in der Mannschaft, die sehr, sehr gut funktioniert, wo du dann trotzdem, wir müssen ja gleich über das Hertha-Spiel auch mal sprechen, ja, das ist natürlich schon auch eine beachtliche Leistung, auch schwierige Spiele dann erfolgreich gestaltest. Und dann kann es natürlich auch sein, dass der ein oder andere Spieler dann auf dieser Welle dann mitschwimmt. Beispielsweise ein Turm zwischenzeitlich. Vielleicht dann auch ein Innenverteidiger, der dann reinkommt, obwohl wir gar nicht gedacht hätten, dass er dafür diese Lücke zumindest für Wochen schließen kann. Das müssen wir sehen. Momentan ist der Lauf und dann traue ich auch recht viel zu. Ich hoffe nur, dass dieses Tief dann potenziell nicht irgendwann nochmal kommt und wir dann denken, oh Gott, oh Gott, jetzt wird es aber doch ganz schön wackelig. Man muss ja auch sagen, dass Erdogan Dika, der natürlich schon relativ viele Spiele für die Eintracht gemacht hat, aber auch nicht dieser absolut zwingende Stammspieler war, aus mir unerfindlichen Gründen, dass er da ebenfalls in einer Dominanz reinwächst, was beachtlich ist. Hoffen wir, dass das so gut weiterläuft und dass wir die 17 oder 16 Spiele, die jetzt noch gespielt werden. Vielleicht noch mit Alternativen haben wir einen Jethro Williams, der nochmal reinrottieren kann, falls gegen schwächere Gegner vielleicht auch jemand wie Kostic mal eine Pause braucht. Wir sind da einsetzbar. Wir müssen gucken, wie flexibel das Ganze geht. Aber der Kader ist trotzdem für den letzten Spiele, für die Rückrunde immer noch ganz gut zusammengestellt. Und vielleicht überrascht uns sowieso noch der ein oder andere positiv. Ich denke hier in den sozialen Medien oft gelobten Kostic. Dann lass uns doch vielleicht, bevor wir zu Hertha gehen, nochmal kurz auf die beiden Namen, die jetzt seit der letzten Sendung dort noch rausgekommen sind, nochmal eingehen. Einmal Ali Akman, von türkischer Nationalität, hat dort bei Brüsselerspor gespielt. Stürmer, Talent. Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ich hatte den Namen vorher jetzt nicht so auf dem Schirm und hatte mich auch mit dem Spieler noch nicht so wirklich auseinandergesetzt. Ich hatte dann das von dir oft zitierte hier YouTube-Scouting mal angeworfen und war etwas überrascht, dass es da schon irgendwie Videos gab mit irgendwie Datum von vor drei Wochen, wo irgendwie drin stand, warum Eintracht diesen Spieler verpflichtet hat. Die sind mir aber auch erst im Nachhinein dann aufgefallen. Oder irgendjemand war da sehr kreativ, was so Datumsfindungen und so weiter angeht. Wir werden jetzt nicht im Detail darüber sprechen. Da gab es ja heute nochmal so den einen oder anderen Artikel, dass der Spieler jetzt bei seinem noch angestellten Verein suspendiert wurde, weil man da anscheinend so ein bisschen unzufrieden mit dem Ablauf dieses Transfers ist. Da haben wir uns für nächste Woche jemanden eingeladen, der sich jetzt da nochmal ein bisschen in dieses Thema einliest. Da können wir euch dann hoffentlich nächste Woche ein bisschen mehr sagen. Aber jetzt mal, hattet ihr den Spieler vorher auf dem Schirm, Marvin? Du bist doch da immer so ein Fuchs, was so Spielernamen angeht. Klar, der absolute Scout der türkischen 2. Liga. Ja, natürlich. Also wenn einer, dann Marvin, oder? Das ist richtig, aber nein. Es ist gut, dass du, vielen Dank, dass du mich da so lobend hervorhebst. Ich aber im Zeichen dieser absoluten Transparenz, muss ich sagen, dass ich den Namen auch nur von, wirklich von seinem Namen kannte. Ich hatte bei Brudi Völler einen Kollegen, Nico, bei YouTube. Der hatte den Namen öfter mal in den Ring geworfen. Ich kannte nur seine Stats, habe mir genauso wie du seine YouTube-Sachen angeguckt. Und natürlich merkt man den feinen Fuß. Alles Weitere muss ich entwickeln. Ich kann über den Spieler so weiter nichts sagen. Aber ich, ganz ehrlich, unabhängig davon, von seinen realen Qualitäten, die natürlich dann in der Bundesliga auch noch mal übersetzt werden müssen, gibt es einige Sachen, die mich sehr zufriedenstellen. Nicht nur seine Torqualitäten. Da sind wir 18 Spiele, 10 Tore. Das ist ganz gut in der 2. Liga. Klar, Bursasbo ist tatsächlich auch ein Verein, der eigentlich normalerweise auch in die 1. Liga gehört, gesehen von diesen Querelen, die jetzt irgendwie starten mit Ali Ackmann. Darüber werden wir nächste Woche sprechen, aber es wäre jetzt schon fies, wenn der jetzt gar nicht mehr eingesetzt würde. Aber 18 Jahre ist U-Nationalspieler, das ist schon eine gute Sache. Und dazu kommt tatsächlich einfach, warum, deswegen sind die auch sauer, wir haben ihn ablösefrei bekommen. Und ablösefrei, ein Spieler von dieser potenziellen Qualität, offenbar waren auch die ein oder anderen Vereine ebenfalls interessiert. Die Eintracht hat da das Rennen gemacht. Selbst wenn es überhaupt nichts wird, selbst wenn wir merken, okay, es reicht halt nicht für die 1. Liga, jetzt mal ganz negativ gesprochen, selbst dann hast du keinen schlechten Deal gemacht, weil den Versuch, den musst du starten. Und wenn du siehst, dass die Anlagen da sind, finde ich, das ist ein cooler Move. Mehr kann ich zu dem Spieler nicht sagen, sieht sympathisch aus. Ich habe das bei Instagram gesehen, dass er schon mit einer Jogginghose unterschrieben hat, typisch Corona-Like, so lobe ich mir das. Ich hoffe, es funktioniert. Ich drücke die Daumen und ich finde es auch cool. Das ist ein Aspekt, den der Basti, glaube ich, auch gestern mal aufgemacht hat bei uns bei Fußball 2000. Ja, es ist natürlich ein Faktor, dass auch die türkische Community jetzt endlich mal wieder auch mit dem Spieler abgeholt wird. Finde ich auch eine ganz nice Angelegenheit, die zu diesem Konglomerat in Frankfurt ganz gut dazu passt. Das ist natürlich auch nochmal so ein wichtiger Aspekt, dass wenn der Spieler halt auch einschlägt, denn er hat ja durchaus eine relativ große Fanbase, du natürlich dann da auch nochmal von seiner wirtschaftlichen Perspektive nochmal potenzielle Kunden da mit reinnimmst, die dann auch sich nochmal mit dem Verein und so weiter auseinandersetzen. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein wichtiges Ding. Die Frage, die ich mir so ein Stück weit dabei gestellt habe, ist, wenn man dann so halt guckt, wenn wir dann nächstes Jahr so als Stürmer auf dem Zettel stehen haben, dann haben wir einen Silver als Nummer 1 Stürmer und drumherum dann drei Youngster mit Ache, Joveljic und eben Ackmann. Das sage ich auf der einen Seite, wir haben viel Potenzial, auf der anderen Seite, wenn du halt nächstes Jahr dann in zwei oder vielleicht sogar in drei Wettbewerben spielst, da müsste aus meiner Sicht im Sommer noch ein bisschen was passieren. Ja, mal abwarten. Also zum einen, ob Silver über den Sommer hinaus noch bleibt, machen wir mal ein Fragezeichen. Jetzt mach nicht die Nummer noch. Naja, also unwahrscheinlich ist das nicht. Der steht bei vielen auf dem Zettel. Ich glaube, dass ursprünglich sein Plan auch tatsächlich war, Frankfurt als Sprungbrett zu nutzen. Ich weiß nicht, inwieweit sich die Einstellung vielleicht mittlerweile auch geändert hat, inwieweit Champions-League-Teilnahme vielleicht mit der Eintracht da auch noch mal irgendwas in die Waagschale wirft. Und da muss man auch mal gucken, wie es mit Jovic weitergeht, wie der sich in der Rückrunde entwickelt, wie Real im nächsten Jahr mit ihm plant, wie nicht, ob das noch eine Möglichkeit gibt. Und dann auch mal gucken, was jetzt das Ache wird. Und Jovic macht eine gute Partie in Österreich. Aber mit Ackmann würde ich für nächstes Jahr auf gar keinen Fall planen. Ich meine, der Junge ist 18. Lass den mal ankommen. Vielleicht ist das auch ein guter Punkt, um ihn einfach noch mal zu verleihen und dann einfach mal weiterzugucken. Ja, ist halt auch ein wichtiger Punkt. Ja, stimmt. Also das ist tatsächlich für mich ein Invest, der noch nicht mal was gekostet hat für die Zukunft. Ja, und Zukunft wäre dann so in anderthalb, zwei Jahren. Ja. Passt, ja. Ich würde sagen, dabei lassen wir es jetzt bei dem Spieler mal, wie gesagt, nächste Woche haben wir dann den Cem hoffentlich dabei, der uns dann noch ein bisschen mehr sagen kann zu diesem ganzen Thema mit jetzt Suspendierung und was da dahinter steht und warum man da gerade eben so reagiert, wie man reagiert. Dann lassen wir uns mal noch auf den zweiten Spieler gucken. Christopher Lenz kommt ablösefrei von Union ist Linksverteidiger, Linksaußenverteidiger und da war so die erste Reaktion, die ich in meinem Kopf hatte, nächstes Jahr Viererkette safe. Da bin ich auch mittlerweile aber gar nicht mehr so sicher und stelle mir dann jetzt tatsächlich die Frage, was ist er denn jetzt? Ist er Kostic Ersatz? Ist er Kostic Backup? Und egal in welcher Konstellation, was passiert dann mit einem Zuber und mit einem Willems? Sind die damit dann jetzt komplett raus oder was war da der Plan? Ich weiß nicht, Dennis, hast du da mehr Idee als ich? Da sprichst du natürlich was an, also Kostic Ersatz, da glaube ich, würde er in sehr große Schuhe, in sehr große Schuhe anprobieren. Das ist, glaube ich, hoffentlich nicht der Plan. Mir ist natürlich, du sprichst natürlich zwei Spiele an, das ist mit Zuber, man weiß es nicht so richtig, Willems, das ist ja, ich weiß gar nicht, wann da der Vertrag dann auch ausläuft. Das ist ja sowieso so eine Nummer im Sommer dann, okay. Also du musst jetzt mal schauen, im Endeffekt, was willst du denn eigentlich auf der Position machen? Wie soll das System aussehen? Du hast schon was richtig angesprochen, nämlich wollen wir wirklich hin zu einer Viererkette? Da musst du natürlich schauen, dass du auch gestandene Links- wie auch Rechtsverteidiger, die wirklich das dann so spielen können. Da ist er vielleicht gar nicht schlecht, dann hätte Kostic, wäre dann im Endeffekt links außen davor. Kann sein, dass ich blicke auch noch nicht so richtig durch das System durch, was genau mit dem Transfer erreicht werden will. Ich denke, es ist auf jeden Fall ein solider Spieler, der ja definitiv zumindest Kostic gut auch mal ersetzen kann. Denn momentan sind wir uns doch sicherlich alle einig, auch ein Zuber ist jetzt nicht super schlecht, aber es ist halt ein riesen, riesen Unterschied, ob dann Kostic auf der Seite Dampf macht oder ein Zuber. Vielleicht kann im Endeffekt hier unser Neuzugang Lenz da ein bisschen mehr Dampf machen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, brauchst du auch wirklich, das hat natürlich jetzt mit dem Spieler selbst nichts zu tun oder er wird wahrscheinlich auch wirklich auf links, aber auf rechts hast du ja ein ähnliches Problem, nämlich wer spielt dann da, wenn du im Endeffekt eine Viererkette draus machst, wer kann die Position übernehmen. Deshalb, das System ist für mich auch noch nicht ausgegoren, ich weiß noch nicht genau, was geplant ist, ist aber definitiv auch nicht schlecht, Sie haben es schon angesprochen, Ablöse frei, er tut uns bestimmt jetzt auch vom Gehalt her nicht zu sehr weh, wenn jemand von Union kommt, also dementsprechend, ja, solider Transfer, auf den man sicherlich aufbauen kann. Für mich kein Postage-Ersatz, sondern eher vielleicht der bessere Zuber. Finde ich, das sagt ja Alex vollkommen das Richtige, ich glaube, wir können, wir sollten, oder hoffentlich, müssen wir nicht in die Verlegenheit kommen, ein Postage zu ersetzen, also ich glaube immer noch, dass das möglich ist, dass er auch über den Somm hinaus bei uns bleibt, je nachdem, was wir jetzt in dieser Saison erreichen, ja, wir hatten ja immer gedacht, okay, das Maximum war DFB-Pokal und Europa Cup, wer weiß, ich weiß es nicht, wir müssen es abwarten, es ist noch alles möglich, kann mir aber ausfassen. Geil! Ja, es ist, ganz ehrlich, es greift die Chance beim Schopf, es ist noch möglich und wie gesagt, wir sehen gerade einen extrem formverbesserten Kostic, was ich super finde, der natürlich auch über seinen Marktwert nachdenkt, aber auch über seinen Marktwert nachdenken muss in Corona-Zeiten, wo auch vieles vielleicht nicht so geil ist, wie er sich es erhofft. So, jetzt haben wir hier ein gutes Konstrukt. Kostic ist nicht durch einen Lenz zu ersetzen, da lege ich mich fest. Wo Lenz aber reinstoßen kann, ist bei der extrem wahrscheinlichen Demission eines Willems, der uns im Sommer allerhöchst wahrscheinlich verlassen wird. Mal sehen, wo es dann hingeht, ich bin froh, dass er wieder da ist, aber sein Vertrag läuft am 30.06.21 aus, das heißt, Willems wird sich dann irgendwo anderweitig umschauen, immer noch 26, vielleicht geht es dann zurück zu Newcastle und da, diese Position kann er auf jeden Fall begleiten und es ist, wie er gerichtlich sagt, er ist sowohl Mann Linksverteidiger, kann er spielen, aber auch das linkes Mittelfeld, ist sehr solide, ist ein bisschen später in diese Bundesliga, in diesen Bundesliga-Zirkus, auch in der 2. Liga gestartet, ich glaube, er war 23, 24, als er dann wirklich in der 2. Liga Fuß gefasst hat und jetzt ein relativ später wirklicher Durchstarter in der 1. Liga, aber wir sehen, dass die ganzen Unioner, die uns jetzt gerade zuhören, die waren alle sehr traurig, dass er die Eisernen verlässt und das lässt für mich auch darauf schließen, dass hier ein absolut solider Spieler, ich hatte mir einen Podcast von ihm angehört, ein sehr sympathisches Kerlchen ist und auch wirklich gut ankommt und ich glaube, der hat das Herz am richtigen Fleck, wirklich nicht für Stunk sorgen, und auch hier erneut der Faktor ablösefrei ist gut, trotzdem, ich hoffe, hoffe, dass Costage immer noch die Nummer 1 bleiben wird und was wir dann auf der rechten Seite sehen, müssen wir dann auch mal machen. Äh, was wir auf der rechten Seite machen, müssen wir dann auch mal sehen. Ja, schauen wir mal. Es sind auf jeden Fall zwei spannende Transfers, wie ihr schon zu Recht gesagt habt, man macht bei keinem was falsch, weil sie A, keine Ablöse kosten und B, wahrscheinlich auch gehaltstechnisch nicht so richtig uns auf der Tasche legen werden, aber du trotzdem Spieler mit guten Anlagen oder einfach schon mit guten Erfahrungen da bekommst und ich glaube auch, was wir an vielen Stellen schon erwähnt haben, man hat da sehr stark auch auf das Thema Kaderzusammensetzung in Form von Stimmung und Mannschaftsgefüge geschaut und nicht einfach wie bei anderen Vereinen, über die wir gleich noch sprechen werden, man einfach irgendwie geguckt hat, welchen tollen Namen kriege ich für möglichst viel Geld. Vor allen Dingen, was ich halt auch so geil finde, es ist halt auch wieder so ein bisschen Perspektive und Zukunft dabei. Wir haben jetzt im Winter Transferfest gemacht für den Sommer. Da ist mit Weitblick agiert worden, da ist wieder ein 18-Jähriger dabei, der mit ein bisschen Potenzial, unbekannter Name, der aus irgendeiner zweiten Liga in Europa kommt, der mit dazu kommt, aus dem was werden kann. Das sind halt so Transfers, die ich sehen will und nicht so, nehmen wir nur Ilshanka, der ist gerade zu haben, Zuber, den tauschen wir mit Gacinovic, das hat mich in den letzten Transferperioden einfach immer total runtergezogen und ich finde es jetzt irgendwie voll geil. Wir sind nicht in Euphorie verfallen, wir haben den Kader irgendwie so aufgestellt, dass das gut gehen kann, der ist jetzt nicht üppig besetzt und wir haben halt geguckt, was wir perspektivisch machen können und das finde ich geil, sowas will ich sehen. Ja, das ist ja alles richtig, ja. Du kriegst nicht gerade von dieser Wolke einfach nicht runter. Ja, aber es ist doch krass. Ist doch richtig, ist doch vollkommen geil. Ja, aber es ist ja auch krass, was dir Alex auch vollkommen richtig erwähnt, denn der große Vorteil ist, dass in wir so schwierigen finanziellen Zeiten, in denen Ungewissheit auch uns weiter vorantreibt, wir nicht genau wissen, wie dann die ganze Situation im Sommer weiterläuft, dass wir jetzt schon mal zwei klare Nummern haben, wir haben zwei Leute verpflichtet, ablösefrei, die uns helfen können und das ist ein richtig guter Switch, wenn andere gerade noch überlegt haben, was machen sie jetzt, um jetzt den Abstieg in dieser Saison irgendwie gerade noch zu verwehren, wenn ich mir an Schalke nachdenke und so weiter und so fort. Das ist echt ein richtig geiler Move, Weitsichtigkeit und ich hoffe, diese Weitsichtigkeit geht in den nächsten Wochen noch ein bisschen weiter, damit wir dann auch die Weichen für das stellen können, was dann hoffentlich im Laufe der nächsten Saison dann vielleicht sogar wieder mit Fans stattfindet. Ja, vor allen Dingen, das macht halt auch viel mehr Spaß, also keine Ahnung, Bayern jetzt sich mit Manchester City um Upamecano zu betteln oder so, also das ist doch ein Kack, da ist irgendein scheiß Investor, der Geld gibt und darum geht's dann am Ende. Nee, hier geht's darum, das sind Spiele, in denen wir ein Potenzial sehen, die Bock zur Eintracht haben, das ist doch viel cooler so zu agieren und vor allen Dingen nicht irgendwie unter dem Deadline Day und hier nochmal kurz vor knapp irgendwas gemacht, nee, solide, vernünftig, schon mal in den Sommer reingeplant, geguckt, wo's geht und dann zur richtigen Sommertransferperiode vielleicht nur noch eins, zwei Sachen, die man machen muss und dann ist fertig. Ja. Ja. Klingt auf jeden Fall alles nach einem sehr soliden Plan. Aber, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit von meiner rosa Wolke rede, auf der ich sitze, ja, ich weiß gar nicht, ob ihr es vielleicht schon mal besprochen habt, aber es gibt ja so ein so ein kleines Horrorszenario, was man irgendwie an den Himmel malen kann, wenn alles, was so gerüchtet wird, eintritt und Bobic zur Hertha geht, Hütter zu Dortmund geht, Bengmanga, neuer Sportvorstand auf Schalke wird, dann, äh, bin ich gerade von meiner Wolke angestürzt. Ich weiß nicht, was du auf deiner Wolke rauchst, aber du solltest es weglassen, es tut dir nicht gut. Ich wollte es ja nur mal angesprochen haben, also haltet ihr alle drei Szenarien für komplett unwahrscheinlich? Ich glaube, unwahrscheinlich ist in diesem Fußballgeschäft gerade überhaupt nichts, ähm, aber genau das ist halt auch so ein bisschen das Risiko dabei, weil klar mag das alles irgendwie spannend klingen, aber auf der anderen Seite, alle drei haben gemeinsam hier an einem Projekt Eintracht gearbeitet, was gerade erst so richtig anfängt, so ein bisschen in Fahrt zu kommen. Wir haben jetzt gerade eben ja schon angedeutet, was eventuell möglich sein könnte in die Saison und was das für das nächste Jahr bedeutet und was du dann auch nochmal Verhandlungsspielräume hast, was so Kaderzusammenstellung und so weiter angeht und alles andere, ja, klingt auf dem Papier irgendwie schön, wenn du diese Namen hörst, aber es ist auch alles ein ganz großer Münzwurf und ich weiß nicht, ob man sich das in der aktuellen Situation halt auch wirklich antun will, weil selbst wenn Schalke sich jetzt irgendwie rettet, weiß er nicht, ob das irgendwie nach oben geht oder ob nicht dann der totale Absturz kommt. Du weißt auch nicht, wie das in Berlin ist, wenn der Windhorst da oft mal meint, er müsste jetzt eh nicht, wie wir es bei 1860 und beim HSV gesehen haben, aus Trotzigkeit irgendwie den Geldhahn abzudrehen und Dortmund, ja, er kann immer mal Meister werden, kann er auch irgendwie nichts werden, also weiß ich nicht. Also du sagst das nämlich genau richtig, René, ich glaube auch, dass alle drei relativ unrealistisch sind. Das fängt an mit Bobic, der normalerweise, warum sollte er sich jetzt diesen, das Irrenhaus härter antun, wenn er hier im Endeffekt solide, was noch aufbauen kann. Klar, diese Aussagen teilweise waren ein bisschen unglücklich, das muss man wirklich sagen. Es ist auch wieder so, diese Erinnerung an U, das ist hier aus Zeiten, wo ein netter Trainer mal hier gewächst hat. Also stand jetzt, das sind natürlich Aussagen, da schaut jetzt einen als Frankfurt-Fan natürlich, aber gut, ist halt so, aber glaube ich trotzdem, dass Bobic bleibt. Dann sagst du Ben Manga, Ben Manga in zu einem jetzt hier solide arbeitenden Verein, wo er gut was machen kann und gut was machen, zu einem, wenn sie sich retten, absoluten Trümmerhaufen, da wo auch geguckt werden müssen, was ist an Geld da und so weiter. Also wenn er sich das antut, meinetwegen soll er es machen, dann ist ihm auch nicht zu helfen. Ich muss wirklich sagen, auch für mich eher unwahrscheinlich. Und Hütter, da muss ich tatsächlich sagen, ich glaube, und das ist unser Glück, dass der Zeitpunkt für den Trainerwechsel deutlich früher stattfinden wird und wahrscheinlich auch schon perspektivisch über die Saison dann hinaus. Also ich denke, dass Dortmund hier tatsächlich nicht anwartet, dass Hütter hier am Ende der Saison dann eventuell dahin wechselt, sondern ich glaube, die werden jetzt handeln müssen, weil einfach sehr viel Unruhe schon da ist. Das ist vielleicht unser Glück, weil das könnte ich mir irgendwo, wenn Hütter sagt, ich habe jetzt hier das erreicht, obwohl er ja auch hier noch lange nicht fertig ist, wenn er hier jetzt eine tolle Position erreicht mit der Eintracht, würde es mich eher wundern. Ich glaube, Hütter hat da noch mehr mit der Eintracht geplant, hoffe ich einfach jetzt mal, dass er einfach dann sagt, wow, jetzt habe ich schon gut gearbeitet in der Saison, jetzt im nächsten, er wird ja nicht Meister oder sowas, da sind wir uns alle einig. Das ist sicherlich auch nicht unbedingt das Ziel, was Hütter hier verfolgt, aber ich glaube, er will das volle Potenzial aus der Mannschaft rauskitzeln und das, glaube ich, kann er in so einer Corona-Saison gar nicht machen. Das ist alles neu und Dings, wenn wir auch toll abschneiden und so weiter, so richtig auf dem Radar kannst du das nicht haben. Dementsprechend hoffe ich auch, dass da in der Saison noch nicht Schluss ist. Also für mich sind es eher alle drei Sachen, die in der Zukunft sicherlich passieren können, aber gerade in der jetzigen Saison und zu den Vereinen, die ihr hier, oder Alexi, du hier benannt hast, die werden zwar medial sicherlich hochgekocht, aber ich kann es mir beim besten Willen bei teilweise normalem Menschenverstand nicht vorstellen, dass die Leute sich den Struktur haben. Das muss ich leider widersprechen, Dennis. Das muss ich leider, leider widersprechen. Nee, gerne, gerne, Marvin. Ben-Wanger-Diskussion brauchen wir, glaube ich, wirklich nicht führen. Das ist bewusst dieser Platz im Schatten gewählt, im Schatten der Figuren, die vorne wortreich die Reden schwingen, während er im Hintergrund wirken kann. Das hat er sehr erfolgreich gemacht. Ich glaube, das ist eine Position, die ihm weiter auch gut liegt. Die Eintracht muss, glaube ich, alles dafür tun, dass er auch in den nächsten Jahren vielleicht in einer namentlich anderen Position mit aufgebessertem Gehalt, aber dann weiter daran arbeitet. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil. Ich glaube, er will nicht ins große Rampenlicht, will nicht tausend Interviews geben. Ich sehe leider, also die Hütter-Diskussion, die Mama Braun will, tatsächlich auch jetzt gerade nicht führen. Es kann sein, dass er, da sehe ich ihn tatsächlich eher an Gladbach, wenn es einen kompletten Sweep geht, dass Rose nach Dortmund geht. Wenn Rose nach Dortmund geht und bei Gladbach eine Position frei wird, könnte ich mir das vorstellen bei Hütter, der natürlich auch Ideen und Matchplan und so weiter und so fort, nicht einen Matchplan, aber einen Karriereplan hat, das auf jeden Fall. Das muss man abwarten, aber auch da, da hast du ja auch genau den wichtigen Punkt, während die Alex gerade rausgeflogen ist. Ja, sie ist wieder da. Ich bin doch da. Sehr schön. Wunderbar. Und jetzt kommt der schwierigste Punkt, natürlich ist, Bobic hat eine Situation, da kann ich es mir leider vorstellen und auch das, was ich so gehört habe, das haben wir auch gestern bei Fußball 2000 gesagt, das fällt leider nicht auf leerem oder toten Boden. Da ist schon ein bisschen was dran und das ist, glaube ich, echt eine ganz enge, schwierige Kiste gerade. 50-50 war das, was wir so gehört haben und ich glaube, das stimmt auch leider, denn die Alex hat vollkommen recht, vollkommen recht und auch der Dennis, der Dennis hat es ja weiter auch ausgeführt, dass eigentlich die Mission des Bobic noch gar nicht beendet ist, gerade wenn wir überlegen, was wir jetzt diese Saison noch erreichen können. Ja, das hätte man ja, eigentlich vor der Saison hätte man das vielleicht denken können, wo du gedacht hast, okay, FDFV-Pokal, wir waren in Europa unterwegs, aber jetzt öffnen sich ja so ein bisschen die Pforten für etwas Neues. Er meistert die Situation der Frankfurter Eintracht mit einer Bravour, ja, dass wir weniger finanzielle Schwierigkeiten haben als andere Vereine, das heißt, es spricht unfassbar. Er ist einer, der muss man sagen, man muss ihn nicht mögen, man muss kein Bobic-Fan sein, emotionaler Hinsicht oder dieses Fremdeln mit den Fans, aber rein rational, muss man ja sagen, er ist einer der wirklich nicht zu Recht, nicht zu Unrecht ausgekürten Manager, Meister dieser Liga ist und er gehört zu den drei besten Managern, auch die über eine lange Zeit bei einem Verein jetzt schon unterwegs und erfolgreich sind und natürlich weckt es Begehrlichkeiten und dann ist natürlich der Punkt mit Berlin, dass seine Familie halt dort wohnt, ist da tatsächlich ein valider Punkt, aber ihr sprecht es auch an, es gibt dieses Chaos innerhalb des Vereins, ich weiß nicht, ob diese Gewinnthorst-Millionen jetzt komplett ein allein ausschlaggebendes Kriterium sind, ich glaube, es beurteilt sich danach, ob er sein Projekt als beendet sieht, weil er ist ein Projektarbeiter, er ist derjenige, dem ist es auch egal, also ich glaube, wir brauchen jetzt nicht denken, dass er jetzt eine emotionale Bindung an diesen Verein hat, hier die Eintracht, es ist... Wenn hat er die Bindung zu Hertha, ne? Ja, aber selbst die ist noch nicht mal so krass, also er ist ja mit einem Verein gestartet, beziehungsweise er hat bei einem Verein gearbeitet wie Stuttgart, das war eine emotionale Bindung, wo er das magische Dreieck und so weiter gegründet hat, das waren emotionale Komponente, die vereinen ihn mit der Eintracht nicht, du hast ja gesagt, im Ansatz vielleicht mit der BSC, aber ich glaube, das ist dem egal, der würde tatsächlich auch, wenn es ein Mega-Angebot gibt von RB Leipzig, würde er auch dahin gehen und das muss, ja, es ist halt einfach so, aber das will ich wertneutral sagen, denn er macht hier bei uns trotzdem einen tollen Job, ich hoffe einfach, dass die Eintracht-Verantwortlichen ihm noch so ein Geschenk präsentieren können und sagen können, nee, ja, ja, du denkst zwar nach, aber guck mal, was wir jetzt noch erreichen können und willst du nicht auch mal die Champions-League-Hymne in Frankfurt an und dann, glaube ich, können wir das Thema beenden. Aber ist das Thema nicht denn nicht von Anfang an beendet, weil ich meine, der hat ja Vertrag. So, und wenn ich jetzt Aufsichtsrat bin bei der Eintracht, also da könnte doch dieser windige Windhorst, der könnte mir doch mit 200 Millionen um die Ecke kommen, zur jetzigen Situation einen Bobic gehen zu lassen, ist doch fatal. Also einen größeren Verlust kann ich doch momentan überhaupt nicht bekommen. Also, sorry, aber scheiß auf Silva, scheiß auf Jovic, aber Bobic jetzt gehen zu lassen, also wie krass muss das Angebot sein? Und wenn da am Ende mal rauskommt, keine Ahnung, Bobic geht im Sommer zu Hertha, obwohl er noch einen Vertrag bei der Eintracht laufen hat für ein weiteres Jahr und wir kriegen 5 Millionen, also sorry, dann muss ich aber auch echt sagen, das ist dumm. Wir haben diese Karte Vertrag in der Hand. Ja, aber dieser Faktor Familie, der wird immer wieder erwähnt, aber ich glaube, wir unterschätzen alle, wie ausschlaggebend gerade in der aktuellen Zeit dieses Thema sein will. Und klar, wenn ein Windhorst da mit Geld wedelt, ist das eine, aber was machst du, wenn du da verantwortlich, wenn du Peter Fischer bist und dann kommt ein Freddy Bobic zu dir und sagt, pass auf, auch schon mal zu, Corona, alles scheiße, ich habe festgestellt, wie sehr mir meine Familie fehlt, wie nah ich da dran sein will und ich möchte jetzt gerne in Berlin arbeiten, damit ich jeden Tag bei meiner Familie sein kann. Freddy heul leise, Freddy heul leise. Machst du nicht. Wirst du nicht tun. Also das ist ein extrem großes Argument, was da in diesen Ring geworfen wird. Also Berlin ist nicht Brasilien, ne? Ja, trotzdem. Es ist ein ganz anderes Argument. Also von den dreien ist das, was ich mir noch am wahrscheinlichsten tatsächlich vorstellen könnte. Ja, es ist echt schwierig. Also auch die Frage des Vertrags, die ist ja natürlich valide, das hat ja Alex ja vollkommen richtig ausgeführt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich kann nicht seriös beurteilen, wie ernsthaft diese Gedanken auch bei Bobic dann sind, dass es wirklich sich mit dem Gedanken schwanger trägt, dann wirklich auch wegzugehen. Das kann ich mir alles vorstellen, weil, René, hey, du hast es eben gut ausgeführt. Diese persönlichen Gründe gibt es. Andererseits, er hat es jetzt auch die letzten Jahre schon gut hinbekommen, die Frage ist, was mich ein bisschen ärgert an der ganzen Personalie, ist die Tatsache, dass wir das gerade in Zeiten haben, in denen die Eintracht gerade im Aufwind gerade richtig läuft. Und dass wir jetzt in eine Diskussion, und da müssen wir vielleicht, da müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen. Andererseits ist es ein Thema, was bei den großen Medien überall behandelt wird. Da muss man dann auch sagen, okay, wenn der Eintracht-Podcast jetzt ist auch thematisiert, also da muss man auch die Kirche im Dorf landen, das dann auch nicht so enddramatisch werden, die Bild-Zeitung mit großen Schlagzeilen aufmacht. Ich glaube, bei allem Respekt und einer hoffentlich sinkenden Reichweite der Bild-Zeitung haben wir leider ein bisschen weniger Reichweite als die Bild, also insofern nur dahingehend. Aber es ist natürlich so, mich ärgert das, mich ärgert das, dass diese Personalie gerade aufgemacht wird, während auch Bobic noch sehr gut gearbeitet hat für den Sommer, aber genau das ja noch weitermachen muss. Wir haben Baustellen, wir müssen sehen, wie es mit Bobic weitergeht. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass das Thema jetzt erstmal beendet wird. Das hat er leider, und das ist ja genau der Punkt, warum wir das diskutieren auch, er hat es leider nicht beendet mit seinen Aussagen, die er bei Sky getroffen hat. Die klangen mir nach den Worten, die Dennis eben in Furcht und Angst geäußert hat, mit Stand jetzt. Es ist natürlich genauso. Es ist ein Dementi, sieht anders aus. Andererseits, welches Dementi würde uns zufriedenstellen? Weißt du, soll er noch mal ein Jahr länger verlängern? I don't know. Es ist schwierig. Mich ärgert es, dass die Situation gerade so nervig ist, weil eigentlich schwimmen wir gerade auf der Welle des Erfolgs und könnten ganz andere Dinger planen, könnten weiter den Kader planen und uns maximal darum kümmern, wie es mit Hübner, der Neubesetzung des Hübner-Postens, dann aussieht. Aber gut. Ja, wobei da ja auch schon wieder Gerüchte hochkamen, dass er jetzt dann doch noch einen Anschlussvertrag und so weiter kriegt. Also da geht es ja auch gerade irgendwie alles hoch und runter. Aber lassen wir es vielleicht mal. Das würde ich auch tatsächlich nicht so recht verstehen. Also wenn du da auf der Position schon langfristig irgendwie sagst, ich möchte da was anderes, ich möchte da was Neues und dann kommst du auf einmal und sagst, ach, ja, ist jetzt doch nicht so. Wir haben jetzt doch nicht so viele Leute gefunden. Komm, wir machen noch mal ein Jahr. Das ist halt auch. Ja, aber gut. Lassen wir es jetzt mal dabei. Marvin hat so recht gesagt, wir sollten uns da jetzt nicht in der aktuell sportlichen Situation zu viel davon ablenken lassen. Am Ende müssen es andere entscheiden. Wir werden es mal im Auge behalten, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht noch zwei kurze Meldungen. Einmal noch mal zum Thema Transfer, um das Thema dann abzuschließen. Diese große Zeitung mit diesen vier Buchstaben, die Marvin gerade eben schon mal erwähnt hatte, hat wohl auch gemeldet, dass mit H7 noch mal verlängert wird. Ich hatte das heute auch noch mal an anderen Stellen gelesen, dass man sich zumindest inhaltlich einig ist, wenn auch noch nichts unterschrieben ist und dass man das dann in nächster Zeit jetzt im Frühjahr nachholen will. Das wäre auf jeden Fall aus meiner Sicht, auch wenn er gefühlt dreieinhalb Jahre alt ist, trotzdem noch mal was Gutes, um da auch noch mal so ein bisschen, auch gerade für die vielen Jugendspieler noch mal einen Ansprechpartner zu haben. Und wenn H7 noch ein Jahr bleibt, weil ich es aber als Backup, ist er immer noch mehr als gut. Ich habe ein bisschen auf Willems gehofft, als ich das gelesen habe. Er war ja so getitelt, so weiterer Star verlängert. Hatte ich gar nicht so H7 auf dem Schirm. Und meine innere Hoffnung ist irgendwie immer noch, dass wir tatsächlich mit Willems noch mal verlängern. Und wenn es nur ist, damit wir im Sommer dann tatsächlich noch mal ein paar Transfer-Löser ziehen können. Aber ich muss sagen, eigentlich ist doch der wichtigere Spieler H7, oder? Also ich muss sagen, ich hätte auch nie gedacht, dass H7 im Endeffekt so viele Spiele wie in dieser Saison macht auf dem Niveau. Also gerade auf der Sechser-Position. Wir sind ja alle, wir haben uns so dran gewöhnt, auch ein H7 in der Mittelposition, Innenverteidigung, Fünferkette. Das ist einfach seine Position gewesen. Und jetzt finde ich, er performt ja richtig, richtig stark auf der Sechser-Position. Wir haben es ja vorhin schon besprochen. Klar, auch die Alternativen sind mittlerweile. Aber du merkst, es ist einfach, er bringt da eine gewisse Ruhe rein. Er ist auch wieder, er bringt eine gewisse Stabilität wieder rein. Lange Zeit habe ich mal, immer mal kamen so ein paar fahrige Situationen bei Hazebe auch zum Vorschein, die ich lange Zeit vorher nicht von ihm gekannt hatte. Da war ich so ein bisschen, oh, na, was ist da los? Ist er noch auf dem Niveau, was wir uns erwarten und was wir brauchen? Und ich muss klar mich in der Hinsicht, in meinem Denken verbessern, muss sagen, ja, wow. Und wenn er auch im nächsten Jahr mal sehen, wie viele Spiele er dann machen kann. Am Anfang vielleicht sage ich jetzt, oh, mal sehen, wie viele Spiele er machen kann. Am Ende spielt er doch wieder alles und überzeugt. Und ja, für Hazebe, das ist wirklich für mich jemand, der zeigt, dass man tatsächlich mit, er ist ja wohl sehr, sehr streng in seiner Ernährung und seiner Disziplin, dass er eben auch in dem Alter noch eine riesige Rolle auf der Position spielen kann. Wirklich geil, richtig cool. Und ich glaube wirklich, dass es ein wichtiger Baustein ist. Und ihr habt es gerade richtig gesagt, gerade als Ansprechpartner, als Säule, als auch für die Mannschaft einfach als Integrationsperson und dementsprechend wirklich eine coole Sache. Also wie gesagt, machen wir definitiv nichts falsch. Und wenn Hazebe sich fit fühlt, ich glaube, er wird es auch nur so lange machen, solange er selbst sagt, er kann noch was beitragen. Da stellt sich ihn auch von seiner Mentalität so ein, dass er dann auch selbst erkennt, okay, macht keinen Sinn mehr und nicht einfach nur, um nochmal ein Jahr Kohle zu kassieren. Und dann müssen wir an dieser Stelle natürlich ganz herzlichen Glückwunsch an Rot-Weiß, oder wie ich sie letztens genannt habe, Rot-Wein-Essen schicken, die gerade eben Leverkusen 2-1 nach der Verlängerung aus dem Pokal geworfen haben, nachdem sie zurücklagen, nochmal zurückgekommen und den Siegtreffer gemacht. Es ärgert mich noch mehr, dass wir es nicht geschafft haben, weiterzukommen. Das wäre ein so geiles Spiel für die Eintracht gewesen. Ja. Von daher herzlichen Glückwunsch nach Essen. Mal gespannt, wie es dann da jetzt weitergeht. Das ist schon geil. Also Respekt. Geile Sache. Freut mich. Auch Kiel ist weitergekommen. Auch eine ganz coole Nummer. Mal gucken, wie das sich noch entwickelt im DFB-Pokal. Ist ja schon mal geil, dass wir diesmal nicht die Bayern im Finale haben. Kein Nicht-Der-Dauer-Abonnent. Ja. Ja, vor allen Dingen, also so krasse DFB-Pokal-Wendungen gab es die letzten paar Jahre irgendwie nicht mehr. Ich meine, da war die Eintracht die Überraschungsmannschaft, obwohl wir auch Erstligist waren. Aber also richtig krasse Sachen wie jetzt Kiel-Bayern und so. Ich finde es cool. Ja, könnte noch lustig werden. Morgen Regensburg gegen Köln. Da kann auch noch, könnte auch noch lustig werden. Ich sehe da Köln auch noch nicht safe durch. Schauen wir mal. So, jetzt haben wir vorhin schon ganz viel aus anderer Richtung über die Hertha gesprochen. Jetzt müssen wir natürlich auch nochmal spielerisch so ein bisschen über die Hertha sprechen. War ja unser Gegner am vergangenen Wochenende, nachdem sie ja letzte Woche Trainerwechsel gemacht haben. Dardai hatte ja gesagt, er möchte gerne offensiven Fußball spielen. Und ich fand, das haben sie zumindest am Anfang des Spiels auch durchaus versucht. Und wir, fand ich, hatten uns so ein bisschen schwer getan, ins Spiel reinzukommen und sind mit ein bisschen mehr Chancen aus der ersten Halbzeit rausgegangen. Aber war halt auch, ja, hat nicht so richtig gereicht. Ich fand, wir haben wieder viele klare Chancen auch liegen lassen. Und dann kam so dieses, ja, ich nenne es jetzt mal Dulli-Tor von der Hertha da zum 0-1, der jetzt nicht schlecht geschossen war und auch, glaube ich, schwer für Trapp zu halten, weil er den spät gesehen hat. Ich verstehe aber absolut nicht, warum da keiner, wenn da schon drei Leute stehen, sich mal in diesen Schussweg rein stellt. Was war denn so euer Empfinden von dem Spiel bis zu dem Zeitpunkt, wo die Hertha das 0-1 geschossen hat, Marvin? Du hast ja vollkommen richtig angesprochen. Also ich war sehr erzuhören darüber, dass wir... Auf der heimischen Couch, wir kennen das alle. Ja, aber ich war, es hat mich schon ein bisschen wütend gemacht, dass wir ja wirklich gute Chancen hatten. Und Kamada eine gute Chance gehabt. Ich glaube, Silva auch noch mal in der ersten Halbzeit noch. Also da waren echt einige Situationen dabei. Dann hatten wir, glaube ich, den Pfostenschuss auch noch. Und du denkst, Leute, 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 jetzt wird es aber langsamer Zeit. Und wie sich das dann so oft anrecht, ist es dann so, dass dann der Gegner das Tor macht. Und ich muss auch sagen, die Hertha, die die letzten Wochen eigentlich unter Labbadia auch nicht zwingend schlecht war. Ich habe mir die Partie angeguckt gegen die, gegen Hoffenheim, da muss ich auch sagen. Ja, aber so richtig schlecht war die Hertha eigentlich nicht. Hat dann ordentlich einen auf den Deckel bekommen. Das fand ich zu krass. Aber sie haben auch gegen die Eintracht echt stabil gespielt und hatten natürlich das Glück, beziehungsweise auch das Können, eines mittlerweile in die Jahre gekommenen und dennoch sehr routiniert, sehr guten, Röne Jahrstein, der unfassbar viel rausgehauen hat. Oh ja. gedacht habe, meine Güte, der hat aber ein Sahnetag. Ich war echt schon und habe gedacht, scheiße, nein, wirklich, endet jetzt hier genau das, kommt jetzt dieser Fluch, dass die in Tränen gewechselt haben und jetzt sieht es bei uns blöd aus. Nein. Und das war das Grandiose. Also ich war erst ein bisschen sauer, habe dann aber gemerkt, dass der Eintracht wirklich mal einen Gang hochfährt und dann hat es ja nur eine Minute gedauert. Zufrieden war ich dann immer noch nicht. Zufrieden war ich dann erst mit dem 2-1 von Hinteregger. Aber wie gesagt, es war eine schwierige Partie. Wir mussten auch so ein bisschen erstmal in diesen Kampf reinfinden. Aber dass die Eintracht sowas dann schafft und so eine Partie dann wieder drehen kann, da ist das natürlich eine herausragende Qualität. Ich würde gerade sagen, das ist die große Qualität, die sie jetzt bislang in dieser Saison zeigen, dass sie sich nicht aufgeben, dass sie sich zurückkämpfen, dass sie einen gewissen Einsatzwillen, Zielstrebigkeit an den Tag legen und halt in der Lage sind, da nochmal eine Schippe draufzulegen. Also das ist eine ganz große, wir hatten es glaube ich vor zwei Wochen schon mal gesagt, eine ganz große Weiterentwicklung in dieser Mannschaft und in diesem Kader. Ja und die Serie, was wir ja letzte Woche besprochen haben, dass wir gegen neue Trainer eigentlich gar nicht so schlecht aussehen, setzt sich halt tatsächlich dann fort. Ich glaube, was halt echt gut war, war, dass das Gegentor, das ist das Tor von uns, als Antwort auf das Tor von denen, direkt im Gegenzug gefallen. Der Anschluss, den meinte ich, Mensch, diese Wörter immer, dass der sofort gefallen ist. Das hat uns extrem in die Karten gespielt und hat Berlin sofort den Wind aus den Segeln genommen. Wenn er nach das Spiel... Ein Wortwitz-Podcast. Eigentlich nur bei den Kollegen von Fußball 2000. Ich musste mich vorhin bei Lenz schon sehr zurückhalten. Ja, aber mach weiter. Jetzt habe ich dir auch den Windhorst aus den Segeln genommen. Den Windhorst, genau. Ja. Nee, also war auf jeden Fall wichtig, diesen Anschlusstreffer da, diese 90 Sekunden danach, weil das, glaube ich, wirklich, wie du, glaube ich, gerade in die Richtung gehen wolltest, die Hertha so ein bisschen einfach in ihrer Euphorie, in die sie sich da reingesteigert haben, direkt irgendwie erstickt hat und ihnen klar gezeigt hat, so, hm, war eine nette Idee, aber hier ist der Braten dann halt jetzt auch gegessen. Es war ja zum Glück nicht nur der Anschlusstreffer, sondern sogar der Ausgleichstreffer, aber auf der anderen Seite musst du ja sagen, was mich an der Aufstellung total überrascht hatte, war die Position rechts Barcock. Klar, wir wussten Durmfeld aus, weil er, ja, ich glaube, eine Kniereizung oder was, ist ja auch immer noch nicht im Mannschaftstraining. Innenbandzerrung, okay, ist ja auch immer noch nicht, Entschuldigung, eben im Training zurückgekehrt, also da werden wir sowieso noch ein bisschen kreativ sein müssen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Barcock auf der Position, er hat mir auch nicht gefallen an dem Tag, muss ich wirklich sagen. Es ist, ist was, das weiß ich nicht, ob ich das jetzt noch mal unbedingt beim nächsten in Hoffenheim sehen möchte, dass Barcock dann auch noch auf der rechten Seite da spielt, weil doch große Lücken, ich glaube, ein stärkerer Gegner, Hertha hat das nicht ausgenutzt, ein guter Gegner hätte dann im Endeffekt doch mehr über, wahrscheinlich über die linke Seite dann, ja, umsetzen können, weil einfach die Lücken sehr, sehr groß waren. Ich glaube, Barcock stand ja teilweise, was weiß ich, immer noch in der gegnerischen Hälfte, während die schon ihren Angriff eingeleitet haben. Defensivarbeit ist bei ihm immer so ein bisschen schwierig, das ist glaube ich nicht so, wo er sich so wiederfindet. Ja, da kommen aber auch so zwei Extreme zusammen, also er spielt extrem weit vorne und Tutor wagt sich momentan auch noch nicht nach vorne. Richtig. Wenn du Ndika und Kostic vergleichst, die kleben aneinander und das hoch wie runter und zwischen Tutor und Barcock muss immer zwingend ein Sechser mit reinlaufen, ansonsten hast du da eine Lücke, die einfach damit ziehst du es halt auseinander, weil halt entweder lässt du halt auf dieser unserer Rechten für den Gegner linken Außenseite halt extrem viel Platz oder du ziehst es halt rüber und damit machst du halt in der Mitte viel Platz auf und wenn du da halt einen geschickteren Gegner hast, wo vielleicht auch so ein bisschen mehr so diese Abstimmung im Team, die von Dennis immer so oft besprochenen Automatismen sind und du vielleicht auch tatsächlich jemanden hast, der das erkennt und dann in der Lage ist, da halt so einen geilen Ball reinzuspielen, so einer Marke So, dann hast du halt ganz schnell ein anderes Problem. Das hatten wir jetzt bei Hertha nicht, das sieht halt bei anderen Gegnern anders aus, obviously. Das zeigt halt, dass wir auf der Rechten nicht so wirklich die Spiele haben. Sorry, Mario. Nee, genau das, nee, alles gut, genau das wollte ich auch sagen. Du hast nicht so eine krasse Variabilität, ich meine, jetzt ist Turm ausgefallen, sonst wäre dieser Wechsel vielleicht auch gar nicht vorgenommen worden. Ich fand es trotzdem sehr gut, dass man es mal getestet hat. Wir haben jetzt gesehen, dass es jetzt nicht so wirklich gut funktioniert, da schließe ich mich Dennis auf jeden Fall an. Die Lücken waren da recht groß, er hat auch keine richtig geilen Offensivakzente in diesem Maße gehabt, Defensivarbeit ist dann halt auch nicht so. Also es war, für ihn war es einer von wenigen Spielern eher ein Gebrauch der Tag. Ich weiß nicht, ob man es trotzdem noch mal testen sollte, da bin ich momentan unsicher. Ich würde es vielleicht gegen einen schwächeren Gegner, könnte ich es mir schon noch mal vorstellen, weil wir natürlich auch sehen wollen, dass Bakok doch irgendwie reinrutscht, dass er irgendwie eine Möglichkeit findet, in dieses, ja mittlerweile muss man schon fast sagen, Star-Ensemble da vorne reinzurutschen. Wir sehen einen deutlichen Qualitätsanschub, dadurch, dass Younes jetzt mittlerweile regelmäßig am Ball ist, dass Kostic wieder zur alter Stärke gefunden hat und Silver, der trifft eh, wir können Jovic einwechseln. Absoluter Killer. Wir müssen sagen, dass das, also für mich Kamada, könnt ihr gleich noch thematisieren, wenn ich hier weg bin. Aber ansonsten ist es halt mit Bakok jemand, der unfassbar viel Potenzial hat, aber gerade auf dieser Position noch seinen Weg finden muss. Ich weiß es noch nicht, ich glaube aber gegen enge Gegner, gegen Gegner, bei denen das tendenziell eng werden kann, sollten wir uns das vielleicht dann eher nicht erlauben, wenn wir wirklich den Anspruch haben, auf Nummer sicher zu gehen, weil dann wird es ein bisschen schwierig. Das ist mein letzter Take dazu, dann verabschiede ich mich, nehme ich jetzt hier auch. Aber ist Hoffenheim schon der enge Gegner und deinen Tipp brauchen wir noch? Ja, du hast vollkommen recht. Genau, danke dir, Dennis. Ist Hoffenheim der enge Gegner? Das würde ich mal, nein, mal ganz optimistisch mit einem Nein beantworten. Ich finde die Hoffenheimer natürlich einen leichten Aufwärtstrend wieder zuletzt. Ich finde die aber immer noch nicht geil, dieser ganze Hühnensflair, dieser Pseudo-Hühnensflair, der ergibt sich bei mir noch nicht. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass man es da noch mal probiert und mir auch ganz ehrlich, ich habe auch keinen Bock gegen Hoffenheim irgendwie drüber nachzudenken. Wir gewinnen einfach 3-0 aus die Maus. Gut, danke. Alles klar. Alles klar. Ich wünsche euch noch viel Spaß, ihr Lieben. Bis dann. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Komm rein, mein Lieber. Ciao, ciao. Ja, dann war dieses 1-1 und dann gab es dieses 2-1 nach Hinteregger-Kopfballen nach einer, wie ich fand, also das hat er doch mit dem hier lineal ausgemessen, dass der Ball da so genau reinfliegt, der liebe Herr Touré. Das war ja sowas von geil geschossen. Also, ja. Ja, vor allen Dingen Hintereggers Reaktion hinterher war auch geil, ne? Also, du hast die Erleichterung, die Freude und alles, das konntest du im Gesicht ablesen. Hat jemand von euch den Instagram-Post hinterher von Touré gesehen? Wo er geschrieben hat, von wegen, er wünscht euch eine Frau, die euch so sehr drückt wie Martin oder wie Hinteregger oder was? Genau. Ja, großartig. Also. Leute, ich wünsche euch, ich wünsche euch, dass ihr alle die Frau findet, die euch so drückt wie die. Ja, also, dass der den nicht in der Mitte durchgebrochen hat, war alles. Ja, der hat sich halt einfach riesig gefreut. Das ist halt auch das, was halt gerade so extrem Spaß macht in dieser Mannschaft, neben der spielerischen Leistung, neben den Toren und den Erfolgen, dass du halt einfach merkst, dass da halt einfach elf Leute auf dem Platz stehen, die zusammen Bock haben, da was zu reißen und Fußball zu spielen. Ja, wo sich einer tatsächlich jetzt wieder für den anderen freut und das, was so ein bisschen gefehlt hat in Vorwochen noch, ist jetzt tatsächlich wieder da und das macht halt einfach extrem viel Spaß in der aktuellen Situation. Genau. Und vor allen Dingen, dass halt auch so Gagelspiele am Ende doch noch 3-1 gewonnen werden, auch wenn es in der 94. Minute ist. So, das Spiel war extrem zäh und das sind normalerweise so die typischen Spiele, wo ab der 70. Minute bei der Eintracht dann nicht wieder, dann kommt nichts mehr und dann verlierst du das Ding 1-0. Nee, ist nicht. Sofort den Ausgleich erzielt und dann noch zwei Dinger reingemacht. Finde ich Bombe. Ja, und können wir bitte nochmal drüber sprechen, wie geil Silber Elfmeter schießt? Ja. Oh, eiskalt. Also, der Torwart war ja in der richtigen Ecke, aber das Ding war ja einfach so platziert und geil geschossen, der hatte ja überhaupt keine Chance. Also, der hätte es ja vorher da hinstellen können, Also, ich meine, der Torwart war unten, als der Ball hinten eingeschlagen ist. Ja, aber zum Hertha-Spiel im Endeffekt, mehr kann man eigentlich fast nicht dazu sagen. Geil, dass wir im Endeffekt das Ding noch gedreht haben. Geil, dass die Reaktion nach nicht mal zwei Minuten kam. Ein super geiler Elfmeter, auf jeden Fall Silber, für die auch richtig genial das Hinti mal wieder getroffen hat. Also, im Endeffekt kann man sich nicht beschweren, außer, und da, Marvin hatte das vorhin, glaube ich, schon ausgeführt, teilweise die Verwertung der ersten, ja, schon Torschossen in der ersten Halbzeit und auch teilweise am Anfang der zweiten. Da ärgerst dich natürlich, ob dann das Ding ist von Kostic, ob das Ding ist von Endika, einfach ein bisschen, oder auch Kamada hatte auch wieder ein, zwei Sachen drauf. Marvin hat sich ja wieder gescheut um die Bewertung von Kamada. Kamada-Kritik. Es tut mir wirklich leid, aber es ist halt teilweise, kann man da mal gratisieren, danke, genau, ja. Also, es ist, es ist schon schwierig, ne. Da denke ich mir halt auch, es ist halt einfach kein Torjäger, ne. Das ist teilweise ein Kinderschuss und Situationen, wo du einfach dich aufregst, vorher eine schöne Körperbewegung oder auch, ich glaube, vor der einen Chance tunnelt er noch den Abwehrspieler in einer total engen Situation, wo du merkst, Mann, der Kerl hat wirklich Qualität und dann schießt er, also, musst du wirklich sagen, da ist ein Rückpass manchmal fester. Gut, aber wie gesagt, das ärgert mich dann halt, weil da hättest du schon wirklich gute Chancen gehabt und dann, mir ist auch erst mal Angst und Bann geworden, als du dann 1-0 in Rückstand gerätst in so einem Spiel, denn wir kennen alle, wie es dann oftmals ausgeht, nämlich schlecht für die Eintracht oder oftmals schlecht ausgegangen ist und dann schön, dass da so eine Reaktion da ist, da zeigt es auch, die Jungs haben auch Lust am Fußballspielen, das habt ihr ja auch schon schön ausgeführt, es wirkt auf jeden Fall, die Mannschaft funktioniert, die Stimmung ist gut und ich muss wirklich sagen, wenn du natürlich auf sowas aufbauen kannst und ja, wir haben es ja schon gesagt, hier momentan kann hier jeder überperformen, weil einfach eine geile Mannschaft reinkommt und ob das ein Tutor ist, der dann kaum auffällt oder auch ein Barkok, wenn der auch ins Rollen kommt, klar, das war jetzt gar nicht sein glücklichstes Spiel, auch ein Kamada, der dann sich auch mal sowas leisten kann, wenn die anderen dann die Tore machen vorne und du hast noch jemanden wie Jovic, der dann, wenn er wirklich irgendwann mal 100 Prozent fit ist, dann vielleicht auch wieder von Anfang an kommt, dann ist das sowieso, dann ist das eigentlich gar nicht mehr wichtig, dass jeder Spieler jetzt unbedingt immer an seine Leistungsgrenze kommen kann, solange das Gesamtgefilter dann dafür ausreicht, dass man am Ende gewinnt, sind wir glaube ich alle zufrieden. Ja, wobei, also wenn wir schon auf dem hohen Niveau ein bisschen jammern, da gibt es schon noch so ein paar Teile, also Kamada, am Anfang habe ich immer gesagt, ist egal, ist egal, ich verzeihe dem alles, der probiert, ab und zu funktioniert es, ab und zu funktioniert es nicht, aber von dem Status bin ich mittlerweile ein bisschen weg, weil zum Beispiel auch der Gegentreffer, wenn er konsequent hinterher gegangen wäre, wäre die Situation anders ausgegangen und das sind einfach so ein paar Punkte, manchmal steht er dann da und wenn der Ball in seine Nähe kommt, dann fängt er erst an zu laufen, das ist so ein bisschen wie bei meinem Auto, wenn ich mich mit dem Autoschlüssel näher, dann geht es auf und so ist es bei ihm auch, kommt der Ball, dann kommt er auf einmal in Bewegung, aber währenddessen auch mal einfach ein bisschen laufen, also da ist schon so ein bisschen manchmal mittlerweile mein Geduldsfader am Ende und so sehr ich Younes auch richtig, richtig geil finde, in der ersten Halbzeit, der kriegt diese Performance aus einer ersten Halbzeit, die er mega geil macht, kriegt der nicht in die zweite Halbzeit rein, keine Ahnung, was da in der Halbzeitpause passiert oder ob einfach die Luft nicht reicht oder die Konzentration für 90 Minuten, da reißt irgendwann, er wurde ja auch in der 16. ausgewechselt, das ist ja fast immer, also es reißt immer nach dem Wechsel, reißt irgendwie bei ihm der Faden ab und das, also da sind noch, ist nicht so, dass keine Luft mehr nach oben ist und Barco, gut, haben wir schon auch schon gesagt, war jetzt auch nicht so doll, aber da treffen dann halt auch zwei aufeinander mit Tuta, der gerade noch ein bisschen, ich will nicht sagen, ängstlich spielt, aber du merkst schon, dass er sehr auf Sicherheit bedacht ist, was auch völlig okay ist, also jetzt irgendwie den Harakiri zu machen. Du musst bei Tuta halt auch bedenken, er hat einen gewissen, auch wenn es nicht ausgesprochen wird, aber ein gewisser Druck ist halt da, er macht halt die Nachfolge von Abraham, der will da jetzt auch nicht einen Bock nach dem anderen schießen, ich glaube, er ist schon erfahren auf dieser Position genug, aber natürlich so in diesem Gesamtkonstrukt, ich meine, wie viele Spiele hat er denn jetzt mit der Mannschaft tatsächlich in dieser Konstellation gemacht? Also von daher eine gewisse Unerfahrenheit oder dass man da ein bisschen vorsichtiger ist, ist glaube ich vollkommen normal, dafür macht er aber einen extrem geilen Job. Funktioniert halt dann nur nicht, wenn du gleichzeitig halt auf der rechten Seite jemanden hast, der irgendwie auf der anderen Seite vom Spielfeld ist und du da halt dazwischen Riesenlücken hast, also da setzt er dich dann halt auch zusätzlich unter Druck. Von daher ist es vielleicht an der Stelle auch nicht so schlau vom Trainer tatsächlich da auf den Barcock zu setzen, sondern dann vielleicht tatsächlich jemanden zu haben, eher wie ein Touré, der ja dann da nachher gespielt hat, der halt auch stärker ist, was das Thema Zurückarbeiten mit angeht, um einem Tutor da mehr Sicherheit zu geben. Also muss man halt dann einfach gucken. Aber ja, wie du schon so richtig sagst, das ist halt auch alles Jammern auf durchaus hohem Niveau, weil am Ende waren es ja drei Tore für uns und die drei Punkte für uns, also von daher ist ja alles gut gewesen. Definitiv. Man darf natürlich das Ergebnis, ihr habt es schon richtig gesagt, Elfmeter in der 94. Minute plus das andere Tor war ja auch schon sehr, sehr spät gewesen. Ist natürlich schon so, ich hätte gerne ein bisschen früher die Entscheidung, am liebsten auch, dass wir in Führung gehen, weil es ist uns natürlich, in der Situation kannst du wirklich froh sein, dass du sehr schnell das Tor gemacht hast, den Ausgleichstreffer, weil ich glaube, sonst hätte sich die Hertha hinten reingestellt und ob wir dann im Endeffekt immer sofort so eine Lösung finden und so weiter. Was hast du ja dann schon gemerkt, dass teilweise die Räume, du musst einfach sehr viel arbeiten und wenn dann sowas nicht funktioniert, wie teilweise dann Barkok in so einem Spiel und Touré dann aber doch mal so einen Lauf hat, ist ja super geil, dass es dann klappt, ob das jetzt jedes Mal die Flanken ausbeut, ist ja auch teilweise wirklich mies, die wir über Außen haben mittlerweile mit Kostic und jetzt in dem Spiel Matouré von der anderen Seite ist ja wieder eine richtige Waffe geworden, dass wir unsere Stürmer vorne füttern. Also ich bin einfach gespannt, nur das Ergebnis 3-1 ist natürlich in dem Sinne dann, wenn du wieder den Spielverlauf anguckst, zwar gerecht, weil wir etliche Chancen hatten, die wir nicht gemacht haben, auf der anderen Seite hätte sich ja auch keiner über ein 1-1 beschweren dürfen oder ein 2-1 am Ende, weil einfach das eine Elfmeter-Tor kann sowieso nicht zählen, das andere kam auch sehr spät erst im Spiel rein, also musst du einfach gucken, das ist so eine Situation, ich bin prinzipiell natürlich zufrieden, wie das jetzt alles ist und mit der Position und so weiter, trotzdem darf das nicht drüber hinwegtäuschen, dass wir eindeutig doch teilweise zu viele Chancen brauchen, um die Tore zu machen und gegen so Mannschaften wie Hertha, die ja wirklich noch im Trubel, Hubel, Trubel war und auch Dardai sicherlich zwar versucht hat, mit einer offensiven Aufstellung uns sehr Druck zu setzen, trotzdem hätte man sich da gewünscht, dass viel früher der Deckel zugemacht ist und einfach hier gar nicht erst diese aufmüpfigen Situationen entstehen und das dann am Ende da noch mit 1-0 in den Rückstand gerät, das ist natürlich eigentlich der Super-GAU. Vor allem Dardai hat es ja auch gesagt, also eigentlich waren die Berliner echt, die haben sich nicht clever verhalten in der Situation, du machst gerade das 1-1, freust dich wie ein Schneekönig und kassierst 60 Sekunden später den Ausgleichstreffer, das ist einfach ganz, ganz unglücklich verhalten und da einfach mal ein bisschen Ruhe aufs Feld bringen und gucken, dass ich jetzt erstmal hinten absichere, haben sie halt nicht gemacht, sondern sind in ihrer Freude ins offene Messer gelaufen und da ist aber halt das Geile, dass mittlerweile die Eintracht einfach das cleverere Kind auf dem Schulhof ist und nicht das Butterbrot abgenommen bekommt und weint. Ja, und diese Schwächen auch auszunutzen, weißt, genau, das sagst du Alex. Wir sind halt nicht mehr die Erstklässler, denen du noch in die Schultüte greifen kannst, wir sind jetzt vierte Klasse, Leute, merkt euch das. Jetzt haben wir die Messer. Kurz vor Gymnasium. Jetzt haben wir die Messer. Oha. Gut, Messer, also ich bin im Dorf zur Schule gegangen, wir haben ein bisschen Butterbrot geklaut, da war noch nicht so messermäßig, ich weiß nicht, wie das hier Downtown Frankfurt bei dir war, René. War ja auch nicht Downtown Frankfurt, war ja auch ein bisschen davor, aber da war schon mehr als nur Butterbrot. Aber gut. Ich wollte gerade sagen, du klingst mir gerade ein bisschen nach Rüttlich-Schule. Vorsicht. So, jetzt lasst uns mal vom heiß umwobenen oder kritisierten Berliner Ghetto aufs Dorf gehen, nach Sinsheim. Nächster Gegner am kommenden Wochenende, Sonntag 15.30 Uhr, meine Lieblingszeit für Fußball, nicht, also zumindest nicht an dem Tag. Nächster Gegner, Hoffenheim, die letzten fünf Spiele gingen alle, wenn auch knapp, für uns aus und es gibt eine relativ lange Verletztenliste auf beiden Seiten, also in Summe relativ lang. Wir haben Durm, Innenbahnzerrung, hatte ich ja gerade eben schon erwähnt, der wird wahrscheinlich noch ausfallen. Auf Hoffenheimer Seite fällt aus Bicicic, Skov, Akpokuma, Hübner, Geiger und Staphylidis. Alle verletzt, sperren gibt es keine, also die haben so ein bisschen ein Problem, da sind auch jetzt der ein oder andere Innenverteidiger dabei. Dafür haben die ja jetzt nochmal auch akut auf dem Transfermarkt zugeschlagen, haben ja zum einen, wie heißt der, der Typ, den sie von Bayern aus der Jugend geholt haben, mich hat es auch hier gerade eben irgendwo offen, Richards, den der Hoeneß ja noch aus der aus der Jugendmannschaft von den Bayern kennt und dann waren sie in Frankreich shoppen, Rutter von Startrennen ist gekommen für den Sturm. Ja, was glaubt ihr denn, wie das so am am Wochenende spielerisch wird, Hoffenheim hat ja auch noch so die ein oder andere Aufgabe zu erfüllen, wenn sie sich ihren selbst gesteckten Zielen ein bisschen näher kommen wollen, oder? Das Ding ist halt, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite schwebe ich halt auf meiner Wolke, die so auf der Euphoriewelle ganz oben surft und denke mir in meiner absoluten Arroganz, Hoffenheim, wer seid denn ihr? So, dazu kommt ihr Tabellenplatz, dazu kommt ihre verletzten Misere, dazu kommen die Ergebnisse, die in den letzten Spielen da waren, so, weswegen ich eigentlich, wie gesagt, in meiner leichten Arroganz total überweblich, hier in meinem Stuhl sitze und mir denke, ah ja, Hoffenheim, die frühstücken wir ab. Auf der anderen Seite ist da aber so dieses kleine Männchen, was rausgekrabbelt kommt und sagt, Alex, es ist die Eintracht, wir haben jetzt schon viel zu lange, viel zu gut gespielt, normal kommt jetzt so ein Formtief, was mich da wieder komplett runterzieht und sich denkt, ah, eigentlich, ich muss mich zwicken, ist jetzt alles ein Träumchen gewesen, Wochenende kommt die Eintracht, die ich kenne, zurück und versaut mir meinen ganzen Spaß und eigentlich will ich mich gar nicht so krass freuen und ich will gar nicht so krass arrogant sein, aber das kommt halt gerade immer wieder so hoch, weil ich es so geil finde. Dennis, wie arrogant bist du, oder? Ich muss sagen, mir macht es ein bisschen Angst, weil einfach die, ich muss sagen, die Hoffenheimer sind, spielen so unkonstant im Moment, du hast jetzt, am Anfang, hätten wir jetzt vor ein paar Wochen gegen die gespielt, hätte ich gesagt, ach, naja, Hoffenheim, wir haben jetzt hier, was weiß ich, sechs Spiele in Folge, davon eins, von sechs Spielen eins gewonnen, die anderen alle verloren, jetzt, wenn ich es mir so angucke, haben die zwar gegen Schalke 4-0 auf den Deckel bekommen, wo du sagst, was ist denn hier passiert, aber auf der anderen Seite dann Hoffenheim, Bielefeld, 0-0, gut passiert, sagst du, was ist denn da passiert, dann hast du aber ein 3-0 gegen die Hertha, ein 3-0 gegen Köln und hast halt 4-1 gegen Hoffenheim, äh, gegen Bayern jetzt als letztes verloren, also da mache ich mir schon so ein bisschen, meiner Meinung nach ist schon ein bisschen ein Aufwärtstrend bei Hoffenheim erkennbar, ähm, auch von der, von der Ausstellung her muss man einfach schauen, dass man es nicht unterschätzt, wie die Alex schon sagt, normalerweise, man neigt dazu, wenn man sich die Tabelle auch anguckt, ah, zwölfter Platz, 22 Punkte, ihr Eintracht hat einen super Lauf, hat jetzt hier eh viele Spiele, das müsste man locker machen, ja, wenn wir an unsere Leistungsgrenzen wieder rankommen und uns motivieren können und so abliefern, wie wir das die letzten Wochen gewohnt sind, können wir Hoffenheim auf jeden Fall schlagen, aber Vorsicht, hier müssen wir wirklich aufpassen, denn auch Hoffenheim kann viele Tore schießen, gerade wie gesagt, äh, gegen, gegen Berlin und gegen Köln, jeweils drei Tore geschossen, ist jetzt auch nicht so wenig, muss man einfach gucken, deren Offensive scheint auch teilweise, äh, zu wissen, äh, wo das Tor steht und, ja, da wird die Abwehr sicherlich ein bisschen mehr zu tun haben und da müssen wir einfach gut stehen und das ist meiner Meinung nach, äh, das A und O, dass du auf unsere Offensive, dass wir vorne ein, zwei, drei Tore machen, kann man sich mittlerweile ja fast drauf verlassen, weil wir einfach so super vorne bestückt sind, einfach hinten aufpassen, dass wir denen nicht sinnlos durch irgendwelche Quatsch, individuellen Fehler oder, wie wir es auch schon gesagt haben, bei dem Spiel jetzt, äh, am Wochenende gegen die Hertha ist halt aufgefallen, wenn dann so eine Position ist, wie Barcoc steht fast noch am gegnerischen 16 Meter, äh, Tuta steht am eigenen 16 Meter, und auf der anderen Seite, da muss dann jedes Mal so oder wer auch immer, Hasebe dann wieder aushelfen, das wird sicherlich gegen, äh, Hoffenheim nicht so einfach funktionieren und dementsprechend hoffe ich einfach, dass wir hier ein bisschen schlauer agieren, an der einen oder anderen Stelle dann, äh, unsere Tore früh machen, am besten selbst in Führung gehen und dann ist das, denke ich, schon was, wo wir wieder mit drei Punkten rausgehen können, es macht mir nur, ich hoffe einfach, dass, äh, die, jetzt wieder eine Negativ-Serie bei, äh, Hoffenheim startet und nicht im Endeffekt jetzt wieder, äh, nach der Niederlage gegen Bayern, die Eintracht da steht, um sie wieder aufzubauen, das wollen wir nicht, das brauchen wir nicht und, äh, dementsprechend, mein Take hierzu, wir gewinnen hoffentlich hier mit einem relativ deutlichen Ergebnis am Ende. Marvin hat's ja auch schon getippt. Ja, aber da jetzt auch wieder mein arrogantes Stimmchen dazu, ne, das kommt halt und sagt, wenn's dir zuhört, Dennis, ah ja, guck mal, Alex, Dennis, der hat jetzt hier Bayern München aufgezählt, gegen D haben sie eine Klatsche gekriegt und dann zählt er aber vier Fast-Abstiegskandidaten auf, von wo sie zwei Spiele gewonnen, zwei verloren haben, so, also, kann man jetzt doch keinen positiven Trend ausmachen. Das ist schwierig. Ich würde's mir so wünschen, aber am Ende, ich glaub's auch noch nicht so ganz. Haben gegen Freiburg 3-1 verloren, haben gegen Schalke 4-0 verloren, das musst du auch erst mal hinkriegen. Unentschieden gegen Bielefeld, 3-0 gewonnen gegen die Hertha, 3-0 gegen Köln. Also, es fallen auf jeden Fall eine Menge Tore momentan bei Spielen von Hoffenheim. Darauf können wir uns schon mal einstellen. Aber es wäre halt auch so, Hoffenheim ist eigentlich eine Sache, das kannst du machen und es wäre so geil, jetzt einfach da oben dran zu bleiben. Ja, das ist auch wichtig. Du musst, das ist eine der Mannschaften, die du schlagen musst, wenn du da oben drin bleiben willst. Und wir haben ja hier die, die typischen, ja, Spiele in dem, ja, ich sag mal im Februar jetzt noch, ist dann halt leider auch ein Spiel, wo wir auch gegen die Bayern spielen. Das ist natürlich dann wieder eine andere Sache. Köln und Bremen sind sicherlich auch Gegner, die, ja, ich hoffe mal, dazu gehören, dass sie uns Punkte liefern. Ich würde gerade sagen, dankbar nennt man sowas nochmal, ne? Dann wäre es jetzt wieder die arrogante Stimme, Alex, die du ja heute hier vertreten musst. Nein, also, ich muss wirklich sagen, wir müssen hier keine Angst haben und definitiv ist Hoffenheim machbar. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Angst davor, dass wir einfach durch individuelle Fehler, weil das kann auch schnell dann wieder runterziehen. Dann spielst du irgendwie unglücklich gegen Hoffenheim, dann hast du auch keinen tollen Tag gegen Köln und hast du im Endeffekt hier aus den zwei Spielen, wo du normalerweise hier arroganterweise sagen müsstest, na die sechs Punkte, die sollten wir auf jeden Fall irgendwie erreichen. Dann verlierst du gegen Bayern, weil einfach immer gegen Bayern verlierst. Das ist halt dann, dann ist dieser Februar auf einmal nicht mehr so, wie man sagt, ach na ja, also hier hast du doch eigentlich vier Spiele, wo du gut punkten kannst, oder besser gesagt drei davon, wo ich gerne was sehen würde. Das ist einfach eine Situation, die dann schnell wieder im Abwärtsstrudel landen kann und darauf habe ich überhaupt keinen Bock, sondern ich will jetzt auf diese Euphorie weiter reiten und will, wie du sagst, die schöne rosa Wolke, die du ja vorhin schon beschrieben hast, Alex, da will ich weiter drauf und dafür müssen wir gegen Hoffenheim mindestens einfach punkten, aber eigentlich dreifach. Ich wollte gerade sagen, was hast du mir denn jetzt für ein Bild gemalt und auf meine rosa Wolke gereicht? Du brauchst die Beispiele. Der Februar, der muss einfach, der muss ein geiler Monat werden. Also das Einzige, nur gegen Bayern, ist nichts einkalkuliert, aber der Rest, ach, der Rest muss auch eigentlich. Es muss, es muss, ich will es. Ja, wir wollen das alle. Dann musst du aber wirklich anfangen zu träumen, weil dann hast du einfach mal noch weitere, wenn du wirklich damit rechtest, neun Punkte oder auch meinetwegen zehn Punkte gesammelt, das wäre natürlich total krank. Dann vielleicht doch noch Meister drauf. Dann bist du nämlich schon bei Spieltag 24. Wow. Dann vielleicht doch noch Meister werden. Mal gucken. So, jetzt lassen wir uns mal noch Aufstellung gegen Hoffenheim, will ich jetzt gerne von euch mal. Es wird ziemlich interessant, wie ihr da agieren werdet. Ich habe schon mal ein bisschen vorgezimmert. Trapp ist klar und ich glaube, die drei Innenverteidiger, ein dicker Hinteregger, da brauchen wir auch nicht lange drüber diskutieren. Tuter, genau, ja. Genau, ein dicker Hinteregger, Tuter, das wären die drei dort und Kostic auf links führt auch nix Weg dran vorbei, ne? Ja. So, rechte Seite, wen platziert ihr da nochmal? Barkok oder Touré? Ja, nervig ist natürlich, dass Duam definitiv wohl nicht zur Verfügung steht, sonst hätte ich tatsächlich wieder zurück zur alten Aufstellung gegriffen, aber also ich tue mir ein bisschen schwer mit Barkok, wie vorhin ausgeführt, das nervt halt so ein bisschen noch. Gut, du kannst vielleicht hoffen, dass du einfach mit ihm in die Besprechung gehen kannst, taktisch sagst, hier komm, tu da rück ein bisschen weiter raus, Eimann, komm bitte ein Stückchen Stückchen zurück. Ob das dann so funktioniert, kein Plan. Defensiv ist nicht das, wo er sich wohlfühlt, also das ist halt ein offensiv kreativer, der hat, das ist halt einer, der hat halt viel Flair im Fuß, das ist halt jetzt keiner, wo du sagst, ey, du rennst jetzt von vorne nach hinten und du bist vorne wie hinten aggressiv und vorne geile Flanken und hinten die Mördergräsche auspacken, das ist nicht dieser Barkok. Ja, du kannst ja auch erstmal mit der Safety-Variante starten, Du startest mit einem Touré auf der Position, bei dem weißt du sowieso, der hält auch keine 90 Minuten seine Konzentration am Limit und dann gehst du einfach her und sagst, okay, wir starten mit Touré, gucken uns an, wie die erste Halbzeit läuft, sechsteste Minute Touré raus, Barkok rein, hast du eine frische Kraft mit auf dem Platz, bringst noch ein bisschen Kreativität mit rein und dann hast du da auch eine gute Lösung und wenn die zwei sich momentan die Position mehr oder weniger teilen, dann kannst du da einfach mit Offensive, Defensive ein bisschen spielen und startest halt mal mit dem einen, mal mit dem anderen, je nachdem, wie deine Ausrichtung ist. Fände ich ein solides Vorgehen. Bin ich auf jeden Fall zufrieden, zumindest mit der Touré-Position am Anfang, ob ich dann unbedingt Barkok rausnehmen würde, da können wir ja dann im weiteren Verlauf noch auf die Aufstellung kommen. Ich hatte es mir auch kurz überlegt, aber dann wäre halt mein Touré-Backup weg. Aber gut, da hätten wir auch noch Rostic. Der kann auch rechts spielen, ja. Schauen wir mal. So, dann Sechser- beziehungsweise Achter-Position war in den letzten Spielen Sow und Hasebe. Bleibt auch dabei. Genial, also, ja, ja. Und Hasebe scheint ja auch noch fit zu sein, dementsprechend, warum sollten wir jetzt hier an dem System was enden? Zurück. Ja, genau. Ist auch schon geil. Kannst auch dann mal einwechseln. in dem momentan kein Platz für Rode in der Startelf ist. Ja, weil letzte Woche schon gesagt ist, es ist schon, also, boah. Schon eine geile. Liegt aber auch dran, muss man sagen, für einen nicht fitten Rode. Also, ich muss ja wirklich sagen, wenn hier Rode auch jetzt mega performen würde und wäre jetzt hier in totalen Formen, Spitzen-Ding, dann ist Rode für mich auch jemand, der auf jeden Fall gleichberechtigt mit Hasebe sich um den Sechser da streitet. Aber jemand, der die Verletzungsgeschichte hat, der sowieso immer dann ein bisschen braucht, um wieder reinzukommen und so weiter und so fort, will ich ihm definitiv hier auch kein Risiko aussetzen. Und auch für uns bringt es nichts, wenn du jetzt hier so ein System schon wieder versuchst, umzustellen. Passt ja auch überhaupt nicht zu Hüttern. Also wir haben halt nicht die Not, wie wir sie in der Vergangenheit hatten, dass du so einen nur 80% fitten Spieler da halt auch hinstellen musst. Das war halt in der Vergangenheit, weil wir keine Alternativen haben. Die sind halt jetzt einfach da. Ja, super. Finde ich super. So, dann die gleiche Frage wie letzte Woche. Zwei Zehner Einstürmer, ein Zehner Zweistürmer. Fragezeichen. So wie es klingt, ist Jovic immer noch kein Mann für die Startelf. Dementsprechend tippe ich zwei Zehner Einsturm. Ich würde es tatsächlich auch so machen. Also die Saison ist noch lang. Lass mal noch, sind wir jetzt gut mitgefahren. Lass mal noch einen Spieltag so machen und dann einfach mal abwarten. Also es wird irgendwann einfach, so Entscheidungen werden die oft auch einfach abgenommen. Es ist jetzt gut gelaufen. Warum mit Zwang was ändern? Sondern irgendwas wird die nächsten Tage schon noch passieren. Keine Ahnung. Entweder trifft Silver mal nicht oder irgendjemandem tut der C weh oder irgendwas wird dich dazu bringen, das System an der Stelle zu ändern. Bis dahin würde ich das jetzt erstmal so lassen. Wir fahren gut damit. Ja. Das ist nur die Frage. Also ich glaube, auf der 10. sind wir uns bei Younes auch einig. Safe? Ja. Ja, die Frage ist, wer neben drastet. Alex, sag mal dann. Naja, also da ich ja Barcock einwechsel, spielt er bei mir für den Anfang Kamada. Bei mir auch. Wobei eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, weißt du, das ist halt auch einer, der mich ein bisschen ärgert. Und den so safe immer in die Startelf mit reinzubringen, vielleicht sollte da, also vielleicht hat Rustic auch auf der 10 mal eine Chance verdient. Und nicht so, du kannst kommen, wenn irgendwo nichts mehr geht. Ja, das Problem ist natürlich, da hatten wir, glaube ich, letzte Woche besprochen, dass Kamada so einer ist, der immer beleidigt wird, wenn er eingewechselt wird erst später. Also, der dann nicht so die Performance abruft, die wir uns da eigentlich dieses, ich brauche, ich gebe jetzt 120 Prozent, weil ich geil bin. Und das hat man ja bei Rustic schon das Gefühl, dass wenn er später kommt, dass er dann einfach auch nochmal einen Akzent setzt. Deshalb, ich glaube, ein Kamada musst du wahrscheinlich von... Das ist schon wieder ein Argument, warum du Rustic springen solltest. Ich bin beleidigt, wenn ich eingewechselt wäre. Rustic, der kommt egal wann, ob der zur 91. kommt oder ob der in der 60. kommt, der kommt rein und du siehst, der Typ hat Bock und zwar egal auf was. Nicht hier nur schön, schön links, rechts, eins, zwei, drei, der läuft auch mit nach hinten und du denkst, der hat Bock da drauf. Eigentlich... Hat er aber die Qualität? Das ist ja wieder so eine Qualitätsfrage. Dann kann er das von der Qualität her abdecken, was ein Kamada oder auch ein Barcook auf der Position uns zeigen kann. Oder haben wir zwar jemanden, der hier richtig Power zwar mitbringt und Lust, aber vielleicht die Qualität nicht. Sind die zwei so krass überzeugend, dass man... Also, in den letzten zwei Spielen haben sie jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Aber sie ziehen natürlich Spiele auf sich. Sie haben eine gewisse Qualität. Das ist, auch wenn andere dann wiederum mehr glänzen oder auch gerade ein Kostic dann wieder mehr Platz auf dem Außen hat, liegt ja auch nicht dran, weil du jetzt die totalen Mega-Pfeifen auf der Zehn stehen hast, sondern es ist ja schon so, das System oder die Spieler haben ja im Endeffekt dann auch nur ein bisschen Platz, wenn sie im Endeffekt... Oder ziehen nur Spiele auf sich, wenn sie eine gewisse Qualität haben. Und ich glaube schon, dass das dann ein Kamada insbesondere oder auch ein Barkok schwierig fällt, wenn die Leute denen auf den Füßen stehen. Auf der anderen Seite hat dann gerade so jemand wie ein Kostic und wir haben ja davon profitiert. Kostic mit seinen Flanken, der trumpft ja wieder mega auf. Wenn der natürlich auch noch ein, zwei Meter mehr Platz bekommt, dann gewinnen wir da, glaube ich, nur. Keine Ahnung, ob das bei Rustic auch der Fall ist, ob das im Endeffekt dann an den Spielern Barkok oder Kamada dann liegt. Wir können es aber auch gerne, ich bin da offen für alles, wir können es auch gerne mal mit dem Rustic anfangen, versuchen. Ich glaube aber tatsächlich, rein, wenn wir jetzt wieder vom nicht, was wir haben wollen, sondern was wir wahrscheinlich sehen, ist es für mich eher unwahrscheinlich, dass sie in Rustic von Anfang an sind. Ja, glaube ich auch nicht. Kamada auch bei aller Kritik, die wir haben und auch was seine Abschlussqualitäten angeht, aber er ist halt auch der Spieler, der ganz oft einfach den entscheidenden Pass spielt. Also von daher, ja, so leid es mir tut, was heißt so leid, also es ist ja schon eher so, auch wieder, hier haben wir auf hohem Niveau, aber Doppelzehn, Jonas Kamada ist, glaube ich, auch für mich da gerade sehr gesetzt. Also ich glaube auch, dass wir so spielen würden, wenn, wenn ich es mir wünschen dürfte. Ja, und wer... Ich würde Rustic gerne mal von Anfang an sehen. Aber wer weiß, vielleicht kommt es dann nachher so, wir wechseln einen Barcock ein für einen Touré auf rechts, Kamada darf dann ein bisschen früher vom Platz und dafür kommt dann noch ein Jovic rein und Hasebe kriegt auch ein Päuschen und dafür kommt der Rustic als offensive 8 und dann spielen wir quasi eigentlich mit 11 Mann im Hoffenheimer Strafraum und gewinnen irgendwie 8 zu 2. Genau, und kurz vor Schluss wechseln wir Ache noch für Trapp ein. Ich glaube, Ache kann sogar auch Tor spielen. Wir brauchen ja kein Tor mehr. Wir spielen ja nur noch im 16er von Offenheim. Ja, das kann natürlich auch sein. Der macht dann noch irgendwie so einen Rabona-Schuss rein. Totale, totale Überheblichkeit. Mal wieder. Alex auf ihrer überheblichen rosa Wolke. Oha, ja. Aber dann haben wir noch eine, eine Startaufstellung, die lautet Trapp im Tor, ein dicker, hinteregger Tutor in der Abwehr. Kostic auf links, Touré auf rechts, So und Hasebe in der Mitte 6er, 8er Position, Younes Kamada auf der 10 und ein Silva ganz vorne und er macht einfach noch ein paar Tore und vielleicht kann er dann da auch tatsächlich nochmal so ein bisschen bei dieser Torjägerkanone mitspielen, falls der Herr Lewandowski irgendwann mal kein Problem ist. Ich frage jetzt einen, wer ist Lewandowski? Ja. Ich habe letzte Woche schon gefragt, wer eigentlich dieser Erling Haaland ist, über den alle reden. Das sind schon einfach geile Stürmer. Kannst du halt schwer was dagegen sagen. Aber ganz kurz nur, Leute, geil eigentlich doch, wie wir auch hier unsere Startelf anscheinend gefunden haben, unsere, unsere Stammgeile Startelf, denn wir haben bis auf Barcog, das Touré reinkommt, hier nichts geändert. Ich glaube, selbst im Vergleich zum Spiel gegen Bielefeld, glaube ich, hatten wir auch hier schon eine sehr, sehr ähnliche Aufstellung. Also merkst, das ist schon, das ist schon cool, dass wir am Ende vielleicht hier auch so ein bisschen in eine gewisse... Die Stammel hat sich gefunden. Genau, genau. Das habe ich gesagt. Und ich glaube, in einem Paralleluniversum sitzen gerade Hütter, Reutershahn und Peintinger zusammen und führen exakt die gleiche Diskussion. Hier, Adi, meinst du, wir sollten mal den Rustic von Anfang anbringen? Ah, nee, ich weiß nicht. Das war doch mit dem Kamada ganz gut. Der spielt auch gute Pässe. Lass den mal. Die YouTube-Kommentare haben gesagt, wir hätten gerne den Rustic mal von Anfang an. Nee, nee, hör mal auf mit dem Scheiß. Diese Internet-Leute. Ja, ich bin hier der Trainer, geh weg. Kamada hat halt auch schon neun Assists, glaube ich, in der Saison. Also das spricht natürlich auch mehr. Er hat einiges an Scorer-Punkten und er will ja, was wollte er haben? 15 Scorer-Punkte, er muss noch ein paar machen. Also allein deswegen muss er... Elf hat er schon, glaube ich, ja. Aber hier, die Leute aus dem Internet, die haben gesagt, der ist immer beleidigt. Dennis, gleich diese Leute. Ja, genau. Also vielleicht wirkt alles auch nur so. Ich nehme alles zurück, falls ich wirklich das sagen sollte. Jetzt versuch nicht, dich rauszureden. Schreibt es in die Kommentare, was denkt ihr, Kamada beleidigt oder nicht beleidigt bei Einwechslung? So, komm. Hier, diese Leute gebt jetzt mal Tipp ab, Dennis. Okay. Ich glaube tatsächlich, dass wir es nicht schaffen, hier ein 2-0 zu spielen. Also Marvins Tipp mit einem 3-0 kann ich nicht ganz mitgehen. Trotzdem glaube ich 3-1. Trotzdem glaube ich 3-1. Ja, okay. Alex? Ich nehme das 3-2. Überzeugt hat mich dieses, bei Hoffenheim fallen viele Tore. Ja. Die schießen viele, die schießen auch ein paar. Wir gewinnen trotzdem, gewinnen am Ende 3-2. Ja, viele Tore ist wichtig. 3-1, weiß ich nicht. 3-2, auch nicht. Ich sage, wir gewinnen 4-1. Bei mir kommt die Überheblichkeit total durch. Sehr gut. Ich schwöre, ich weiß gar nicht, wo das enden soll, wenn wir wirklich Tabellenplatz 3 oder 4 abschließen. Soll mir kein anderer Fußballfan mehr unter die Augen kommen. Ja. Wer sind eigentlich diese anderen Vereine? Wer sind eigentlich diese anderen Vereine, ja. Dann sollten wir schnell noch selbst einen Impfstoff entwickeln, damit wir wirklich nächstes Jahr hier dann international fahren können. Ja, genau. Also da will ich ernsthafterweise gerade noch nicht drüber nachdenken, weil dafür ist die Saison noch zu lang und allein schon, also, allein bei dem Gedanken gerade, wenn die Saison so Richtung Ende geht und da ist so perspektivisch die Chance, dass es so ein knappes Ding wird und da oben irgendwie reinrutscht und dann diese Frage im Raum steht, keine Fans und irgendwie so, ich weiß nicht. Also das geilste Erlebnis der Welt wird im gleichen Moment einfach der größte Abturn. Die Eintracht spielt Champions League und wir sind nicht dabei. Das wäre genauso, wie wenn es DFB-Pokalfinale ein Geisterspiel gewesen wäre. Was ist denn das? Ja, am besten dann noch irgendwie Champions League in irgendeiner geilen Gruppe, wo du, wo es halt auch noch easy ist, irgendwie hinzukommen. So, was weiß ich, irgendwas in Frankreich, in hier, gegen Ajax oder irgendwas oder irgendwas in England, wo du halt auch wirklich easy hinkommen würdest, wo du halt auch sagen würdest, geile Ausfahrtfahrter, fahren safe 100.000 Menschen hin. Vor allen Dingen, ich war jetzt ein Jahr nicht mehr im Urlaub, Leute. Also ist mir eigentlich egal, wo wir spielen, ich bin dabei. Ich habe Resturlaub, wie blöde. Ich habe letztes Jahr mein komplettes Urlaubsbudget nicht aufgebraucht. Also, keine Ahnung. Also, liebe Leute, Frau Alex lädt uns ein zur Auswärtsfahrt. Ah ja, nee, so habe ich das jetzt nicht gesagt, ne. Habe ich aber genau so gehört. Ich habe das genau so gehört. Ja. Oh, ja, wie du schon sagst, das gekönnt. Also, als wäre die Alex jetzt rausgegangen aus dem... Meinst du, sie hat sich wieder rausgestohlen? Ja, ich glaube, sie ist wieder... Sie hat aufgelegt. Der Schock war zu groß. Sie hat wieder aufgelegt. Was? Ich soll bezahlen? Tschüss. Ja, was? Nee, bezahlen tue ich nicht. Ja, das könnte sein. Jetzt geht es ja nicht mal mehr wieder da dran. Die ist beleidigt. Ja, könnte sein. Ja, aber sie hat schon recht. Es wäre halt einfach so eine extrem... Ja, Leute, also, da will ich überhaupt nicht drüber nachdenken. Gerade auch, es fängt ja schon an, selbst wenn du irgendwie so eine dämliche Champions League Quali spielst gegen irgendeinen Lulli-Club, wo du dann mit, was weiß ich, wie viel, hunderttausend Leuten hinfahren könntest und darfst es dann nicht. Die können egal, die können egal, wo, egal wie, da würden safe mehrere tausend Menschen hinfahren. Und selbst wenn es auf der anderen Erde der Welt wäre und du müsstest irgendwie drei Wochen vorher mit dem Fahrrad da hinfahren, das würde locker... Kann diese Sendung bitte die andere Erde der Welt heißen? Das wäre gar nicht aufgefallen. Die andere Erde der Welt. Spiele auf der anderen Erde der Welt. Auch nicht schlecht. Wenn wir schon gerade bei dem Thema Champions League sind, habt ihr diese Thematik jetzt kurzer Side-Discussion, Topic, Fact, whatever, mitgekriegt, diese Diskussion, die jetzt da gerade geführt wird mit dem Spiel Liverpool gegen Leipzig in nächste Woche, übernächste Woche? Oder ist es nächste Woche? Müsste nächste Woche sein. Nee, dürfte erst übernächste Woche sein, oder? Am 16. ist das Spiel. Wegen England-Reiseverbot, lalali, lalala. Korrekt. Also 16. ist das Spiel in Leipzig. Die Bundesregierung sagt, ein Reiseverbot für Menschen aus England bis zum 17., es sei denn, sie wohnen in Deutschland und wir machen keine... Klopp alleine. Wir machen keine Ausnahmeregelung für Profisport, war die Aussage. Jetzt hat die UEFA wohl Kontakt zu Leipzig aufgenommen und zum DFB, weil natürlich harter Plan, so nach dem Motto, ey, beschafft euch mal eine Sondergenehmigung. Wenn er die nicht kriegt, machen wir hier neutraler Austragungsort, wo beide hinreisen können. Übrigens, Leipzig, ihr zahlt die Zeche. Geht auf eure Rechnung, weil ihr kriegt es ja nicht hin. Und wenn ihr das auch nicht hinkriegt, dann wird das Spiel 3-0 für Liverpool gewertet. Also, habe ich nicht mitbekommen. Grundlegend, mein Mitleid hält sich in Grenzen. muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich finde nur, tatsächlich muss ich halt auch sagen, so sehr ich den Sport gerade eben mag und mich freue, Fußball gucken zu können, aber allein, was das für eine Botschaft wäre, wenn es da jetzt irgendwelche Auswahl oder Ausnahmegenehmigungen geben dürfte, dass da so ein ganzer Tross von Menschen aus England in dieser geraden Lockdown, Mutanten, whatever Zeit, hierher reist für ein Fußballspiel. Ich weiß nicht, ob das so geil kommt. Also, das würde tatsächlich, also, dass ich von diesem ganzen Fußball Blasen-Scheiß, ne, also, dass da nichts mit rechten Dingen zugeht, das ist ja mittlerweile, also, da brauche ich ja gar nicht mehr träumen, dass da noch irgendwas in Ordnung läuft, aber wenn es diese ganze Korruptions-Bubble schafft, bei der Angie anzurufen und zu sagen, hier, Angela, die müssen da rein, dann falle ich echt vom Glauben ab. Ja, und das wäre, glaube ich, tatsächlich auch, allein deswegen können sie das nicht machen, weil du musst halt auch bedenken, du bist in einem Jahr, wo hier Bundestagswahlen und so weiter stattfinden, das wäre an diese ganzen Aluhut- und Verschwörungstheoretiker, wäre das halt mehr als nur Wasser auf deren Mühlen. Die Nummer kannst du eigentlich nicht bringen. Ne, ne, das ist, äh, true, true. Also, auch wenn, äh, 80 Millionen, äh, Testergebnisse und sonst irgendwas vorliegen, aber wenn das wirklich passieren sollte, dann, äh, dann gerät bei mir der, der letzte Funken, den ich irgendwo Vertrauen in Systeme habe, ins Wanken. Ja, es wird dann, wird echt, echt schwer. Also, Alternative wäre ja noch irgendwie Tauschheimrechte, dass sie halt quasi das erste Spiel in, in England austragen, weil andersrum geht ja die Variante, ähm, wäre halt dann immer so nicht wirklich geil, aber, ja. Aber Quarantäne, wenn sie heimkommen, ne? Ja, müssen sie. Genau, Minimum fünf Tage. Ja. Und damit ist das nächste Bundesligaspiel auch schon wieder auf der Kippe. Das müsste halt entweder verschoben werden oder wird halt auch am grünen Tisch entschieden. Ja, also, ich sag mal, das wäre, das könntest du ja auch irgendwie machen, dann wird halt dieses Spiel irgendwie in eine Woche gelegt, wo halt sonst nichts ist. Ich meine, hier DFB-Pokalverschiebung, Eintracht, Leverkusen, Bayern, Dings, haben sie ja auch verschieben können, hat ja auch funktioniert. Genau, nur der Terminplan, der wird ja nicht, der wird ja nicht freier die nächsten Wochen, Also da steht ja jetzt noch ein bisschen was an. Der wird nicht freier. Das ist alles, genau. Aber ich sag mal, aus Sicht des Fußballvereins wäre das wahrscheinlich immer noch das kleinere Übel, als halt einfach zu sagen, dass die, wird am grünen Tisch gegen dich entschieden. Ja, weil dann hast du ein 3-0 gegen dich da stehen und auch wenn Liverpool gerade eben vielleicht auch so ein bisschen nicht die, die absolut Überperformer sind, aber so ein Rückspiel gegen Liverpool halt mit mehr als drei Toren drehen, musst du halt auch erst mal machen. Ja, ja, kannst vergessen, ja. So, aber gut, wie gesagt, Mitleid hält sich in Grenzen. Ich fand nur die Art und Weise, wie da jetzt gerade diese Daumenschrauben angelegt werden und was da diskutiert wird, schon so ein bisschen komisch in der aktuellen Situation. Ja. So, ich hab noch eine gute Tag. Das ist halt der eigene Fußballkosmos, das ist wie die Alex schon sagt, das darf man hier nicht, ja, darf man überhaupt nicht mit irgendwas in Relation setzen, weil es einfach nicht erklärt ist. dass hier nicht alles auch einfach irgendwie zum Wohle der Menschheit passiert, ist glaube ich auch jedem klar. Sorry, René, aber ja, du kannst es gerne. Genau, jetzt kommen wir zum Wohle der Menschheit bei der guten Tat der Woche. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles zu Hause in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Wir sind anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander Respekt vor ihm geben müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. So, die gute Tat, die ich hier reingeschrieben habe und die ich auch selbst dort rausgesucht und eingetragen habe, ist so eine Mischung zwischen, ja, Danke sagen für Menschen, die gerade ganz viel helfen und auch so ein bisschen Aufruf, weil es mal wieder um dieses Thema Unterstützung geht. Ich weiß nicht, inwieweit ihr das mitgekriegt habt, aber es ist ja gerade so dieses ganze Thema mit Überschwemmung an den ein oder anderen Stellen so ein bisschen kritisch und wie der ein oder andere vielleicht auch weiß, ich habe zehn Jahre in der Nähe von Büdingen gewohnt und die hat es halt gerade eben extrem doof getroffen. Da stand einmal die komplette Altstadt jetzt am Wochenende unter Wasser, weil es sehr viel Tauwetter und Regen gab, was da aus dem Vogelsberg runterkam und leider Gottes eine, wie man schon seit Jahren wusste, marode Mauer, eine Mauer eines Entlastungsbeckens gebrochen ist und mal eben innerhalb von 15 Minuten die komplette Altstadt unter Wasser gesetzt hat. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Büdingen war, denn es ist tendenziell nähert. Ja, ja, Heimspiel, ne? Ja. Ich war da mal zum Grillen. Ja, korrekt. Büdingen hat eine sehr, sehr schöne Altstadt mit sehr vielen Fachwerkhäuser und so Fachwerkhäuser im Wasser stehen ist nie eine geile Idee. Ist auch eine tolle Altstadt mit sehr vielen Fachwerkhäuser, also wirklich sehr, sehr sehenswert. Ja, ist eine extrem schöne Altstadt mit großem Schloss und Schlossmauern drumherum. Es war teilweise halt echt von den Bildern, was man so sehen konnte, so, dass du gerade noch den oberen Teil von so einer Schlossmauer, also von der äußeren Umrandung des Schlossgeländes gesehen hast und wie wir alle, glaube ich, ohne jetzt Bilder zu sehen wissen, so eine Mauer um so ein Schloss, die ist jetzt nicht nur 50 Zentimeter hoch. Also da war richtig Wasser am Laufen. Da sind halt auch viele Restaurant- und Cafébetreiber, die ja jetzt sowieso schon irgendwie eine Scheißsituation haben, die sich teilweise auch irgendwie drauf eingestellt hatten, den Laden jetzt wieder aufzumachen und halt jetzt quasi vor einem Renovierungs- oder vielleicht sogar sanierungsbedürftigen Gebäude stehen, um das sie sich jetzt zusätzlich noch kümmern müssen. Also es war halt wirklich teilweise so, dass in Nacht- und Nebelaktionen Leute vom DLRG da waren und Leute mit Booten aus ihren Häusern gerettet haben. Also es ist schon extrem krass. Wer möchte, kann sich da auf der hessenschauer Seite auch nochmal die ein oder anderen Fotos anschauen. Also erstmal danke an diese ganzen Menschen, die da halt unterwegs waren und geholfen haben. Das war halt auch, glaube ich, in der aktuellen Situation auch mit Abstandsgeschichten und Maskentragen und so weiter jetzt nicht so einfach, da halt auch den Leuten irgendwie zu helfen. Wie man sich aber, glaube ich, auch unschwer vorstellen kann, in der aktuellen Situation ist es natürlich nochmal zusätzliche finanzielle Schwierigkeiten. Deswegen hat die Stadt Büdingen ein Spendenkonto eingerichtet und ich möchte jetzt einfach nochmal sehr explizit darauf hinweisen, da wird gerade wirklich Geld benötigt. Also wer dort unterstützen kann und mag, ich verlinke das mal in den Shownotes. Ich habe am Wochenende da auch 100 Euro eingeworfen. Da sind Leute, die halt gerade ernsthaft auf das Geld angewiesen sind. Also von daher, denkt da mal drüber nach und guckt euch das einfach mal an. Ja, super Sache, René, auf jeden Fall. Wie gesagt, auch so ein bisschen persönliche Betroffenheit, weil ich da halt auch den einen oder anderen kenne. Ja, vor allen Dingen, jetzt ist es halt echt mies. Also du kannst seit Wochen keinen Umsatz machen und jetzt hast du auch noch einen Kostenblock am Backen, mit dem du nicht gerechnet hast, alles nicht selbst verschuldet. Ja, und so eine Restaurantküche, die kostet jetzt nicht auch nur 2,50 Mark. Und wer mal so einen Versicherungsschaden hatte, der weiß halt auch, dass so eine Versicherung nicht irgendwie innerhalb von 2 Tagen die doppelte Menge an Geld bezahlt, sondern dass das langwierige Diskussionen sind. Ja, auch oft nur der Zeitwert und so ein Quatsch. Also die Leute sitzen dann halt doch oft auf, kriegst teilweise dann gar nicht mehr das, was du eigentlich brauchst für das Geld, was du bekommst. Und das ist schon schlimm. Also da musst du wirklich aufpassen und wie du richtig sagst, René, die Leute, es ist ja umso tragischer, dass die Leute oder die Verantwortlichen schon über die Mängel längere Zeit hinweg gesehen haben. Und dann bist du natürlich dann noch umso ärgerlicher und umso betroffener und umso wahnsinniger wirst du, dass da natürlich dann sowas passiert. Klar, im Endeffekt, die Bilder sprechen, glaube ich, mehr als wir jetzt hier in der Folge überhaupt noch erzählen könnten. Dementsprechend gerne einfach nochmal anschauen und dann, glaube ich, kann sich jeder ein gutes Bild machen und entscheiden, habe ich da noch den ein oder anderen Euro übrig oder passt das gerade nicht. Ja, auf jeden Fall. Also ich nehme das nachher an von dir, René. Ich habe in Büdingen in der Altstadt, glaube ich, Weltklasse Waffeln gegessen. Ja, haben wir. Ja, deswegen sollen so Sachen erhalten werden. Ja, das auf jeden Fall. Gut, das war unsere gute Tat und dann haben wir noch Empfehlungen geschickt bekommen. Da brauche ich jetzt wieder den Jingle dafür. Der ist, wo habe ich den denn? Empfehlung, da. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Fast. 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 Und Alex natürlich. Ja, ich wollte gerade sagen, ich muss hier mal ein bisschen für die Frauenquote sprechen. Ja. Die ist hier an mich schön rausgeschnitten, ne? So, da werden nur noch die Männer aufgeführt. Von wegen hier offener Podcast, bla bla bla. Alltagsdiskriminierung. Wir wurden entdeckt. Wir wurden entdeckt. Kannst dich ja mal melden, vielleicht möchten sich die Kollegen vom WDR ja auch demnächst zu so einer Rassismus-Diskussion einladen. Obwohl, ne, würde es ja gar nicht. Hier würden ja dann auch fünf Männer sitzen, ne? Genau. Ansonsten macht es ja keinen Sinn. Ja, Entschuldigung, habe ich verwechselt. Ist auch voll albern, ne? Sich das von den Weibern da immer anhören zu müssen, dass man die diskriminiert und so. Ja. Verstehe ich gar nicht. Verstehe ich gar nicht. Ja. Wo waren wir? Empfehlungen. Genau. Ja, wir haben eine höhere Empfehlung auch bekommen, aber nachdem Frau Alex sich jetzt so weit aus dem Fenster gelehnt hat, darf sie natürlich anfangen. Was hast du denn für unsere Empfehlungsliste, Alex? Ah, ich enthalte mich heute einfach mal. Ich habe ja schon die Gerüchteküche empfohlen, hier mit Bobic und Manga und Hütter und so. Sehr gut. Dennis, hast du was, bevor ich hier die lange Liste anfange? Oh, René, ich sehe schon, du hast hier super Sachen schon und ich bin auch raus. Okay. Das, was du sagst, René. Von mir auch. Okay, also wir haben einmal vom Hörer oder Hörerin, weiß ich jetzt gerade nicht so genau, Etarus, einen Hinweis bekommen auf einen Podcast, der Maru-Podcast. War mir bislang total unbekannt, klingt aber extrem spannend. Sind zwei Freundinnen, die sich über das Leben in Deutschland und in Japan unterhalten. Die eine sitzt in Frankfurt, die andere in Tokio und sprechen so ein bisschen darüber, was sie so an Gemeinsamkeiten haben, wie sie so unterschiedliche Dinge in den Ländern erleben. Klingt auf jeden Fall vom Setting her extrem interessant. Sprechen natürlich in der aktuellen Folge, wie soll das anderes sein? Unter anderem auch über Clubhouse. Also kommt ja momentan irgendwie keiner dran vorbei. Wer Interesse an sowas hat, kann da, glaube ich, mal reinhören. Ich habe noch keine Folge gehört, aber wie gesagt, vom Setting her klingt es auf jeden Fall interessant. Ich habe noch zwei andere Podcasts oder beziehungsweise Podcast-Folgen, in die ich reingehört habe und die wir, glaube ich, auch des Öfteren schon mal erwähnt haben, zumindest die Podcasts, wo ich aber jetzt gerne noch mal aktuelle Themen aufgreifen würde. Einmal die aktuelle Folge Logbuch Netzpolitik ist vom vergangenen Wochenende, die sich unter anderem mit diesem GameStop-Thema beschäftigt, wo sie auch einen Hedgefonds-Manager tatsächlich mit dabei haben, der das auch noch mal so aus seiner Sicht so ein bisschen beleuchtet. Ich fand das noch mal ganz interessant, einfach noch mal, wenn wir schon vorhin bei diesem, ja, es geht beim Fußball oder im Fußballgeschäft geht es natürlich nur ums Wohl der Menschheit. Das Gleiche trifft wahrscheinlich auch für ganz viel von diesen Aktienspekulanten zu. Ich fand das noch mal interessant, das einfach zu hören, wie das, ja, so abläuft und was da so die Hintergründe sind und so weiter. Also wer da so ein bisschen interessiert hat, kann da noch mal reinhören. Und die aktuelle Folge 93, ich bin noch nicht wirklich weiter mitgekommen, aber ich hoffe, dass Axel da noch mal ganz viel zu dem Thema FC und dem neuen Medienchef, den sie da jetzt sich an Land gezogen haben, sagt, es ist, glaube ich, auch so ein Thema, wo einem die Freunde vom FC gerade sehr leid tun können. Das war, glaube ich, auch ein sehr bewusster Weg, den die, den das Präsidium da gemacht hat und was meiner Meinung nach keine besonders gute Wahl ist. Okay, sehr gut, ja. Ich weiß nicht, habt ihr die FC-Nummer da mitgekriegt? Nein. Die haben als neuen Medienchef den Herrn Fritz Esser aktuell, oder war vorher bei der Bild-Zeitung als, ich weiß gar nicht, was war der denn bei der, ich glaube auch irgendwas mit Sport, Redakteur, whatever, war unter anderem auch, glaube ich, verantwortlich tatsächlich für den FC und ist eigentlich sehr stark dadurch aufgefallen, dass er entweder sehr positiv gegenüber der AfD war oder sehr offensiv Fans und die Fanszene des FC als Chaoten etc. beschrieben hat und so jemanden machst du dann halt eben zu deinem Medienchef und das ist ja jetzt auch nichts, wo du jetzt irgendwie sagst, hups, wussten wir nicht, sondern das hast du dir ja angeguckt, bevor du jemanden in so eine Position bringst. Und ich glaube, in der aktuellen Situation, wo man ja sowieso gerade nicht so glücklich ist, was so Kommunikations mit den Fans angeht, ist es, glaube ich, keine so geile Idee. Es klingt auf jeden Fall spannend, das Thema, ja. Also da vielleicht auch mal gucken, wie gesagt, bei 93 wird Axel mit Sicherheit was dazu gesagt haben und ansonsten würde ich auch in der Richtung die nächsten Tage mal so ein bisschen Social Media im Auge behalten. Das könnte noch spannend werden und hat auf jeden Fall Eskalationspotenzial. Nee, sehr gut, ja. Genau, das waren die zwei Sachen, die ich mir noch aufgeschrieben hatte. Ich glaube, das passt auch. Wie gesagt, ich bin leider nicht dazu gekommen, irgendwas zu groß zu lesen jetzt oder zu schauen, dass ich hier auch noch eine Empfehlung in dem Bereich machen kann. Wie du gesagt hast, die Podcasts hier sind auf jeden Fall, denke ich, immer eine Empfehlung wert. Yes, 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 yes. Gut, dann würde ich sagen, machen wir doch für diese Woche den Sack zu. Es war ein bisschen anstrengend mit diesen ganzen technischen Dingern. Ich hoffe, ich kriege das alles irgendwie halbwegs vernünftig rausgeschnitten. Wenn ihr bis hier in den Podcasts gehört habt, dann habt ihr es auf jeden Fall herausgefunden, ob es funktioniert hat oder nicht. Nächste Woche, wie gesagt, dann der Cem dabei und wird mit uns nochmal so ein bisschen über den Transfer und die Suspendierung von Ali Ackmann sprechen. Ihr müsst auch bei uns keine Adressbücher hochladen und Invite und so weiter. Es reicht einfach, wenn ihr uns alle euer Geld schickt. Das ist vollkommen in Ordnung. Mehr wollen wir gar nicht. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, reicht es für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr zwei dabei wart und auch an Marvin, der das jetzt vielleicht noch nachhört. Ja, und dann wünschen wir euch da draußen eine schöne Restwoche, ein angenehmes Fußballwochenende und melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschöö. 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 Hey hey hey! Hey hey! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.